Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich begrüße besonders unsere auswärtigen Gäste und unsere ausländischen Gäste. Wir haben in der Vorbereitung schon das Gefühl gehabt, dass wir einen Nerv getroffen haben, denn ich habe in den langen Jahren meiner Tätigkeit hier als Referentin für Zeitgeschichte es noch nie erlebt, dass so spontan fast alle Referenten zugesagt haben. Bevor ich an meinen Mitorganisator Herrn Professor Bösch übergebe, der Ihnen über unsere Motive, Intentionen und Fragestellungen noch genaueres erzählen wird, möchte ich Ihnen zu Beginn doch drei Thesen vortragen, die uns vielleicht in das Thema einführen, aber auch vielleicht Anregungen für die Diskussion in den Panels geben. Wenn wir die geschichtspolitischen Manipulationen von staatlicher Seite in manchen Ländern kritisieren, was wir ja hier mit dieser Konferenz tun, dann legen wir dem natürlich auch eine Vorstellung zugrunde, wie über Vergangenheit verhandelt werden sollte und wie das Verhältnis von Geschichtsbewusstsein und Politik sich gestalten sollte. Wir haben hier in der Stiftung in sehr vielen Veranstaltungen und Diskussionen uns versucht, darüber zu verständigen, was Geschichtspolitik in einem aufklärerischen Sinne leisten sollte und welche Akteure daran beteiligt sind. Wenn wir von einem pluralistischen Gesellschaftsbild ausgehen, was wir tun, so muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass die unterschiedlichen Einwanderungsgruppen ihre sehr unterschiedlichen historischen Erzählungen mitgebracht haben. Oft stellen sie unsere deutsche Nachkriegserzählung vor neue Herausforderungen. Besonders die Leute in Gedenkstätten, glaube ich, können davon einiges erzählen. Man fragt sich aber gleichzeitig, ob der aufklärerische Impetus, der den deutschen Umgang mit der Vergangenheit bestimmt und der unentwegt als Modell auch in den aktuellen Debatten zitiert wird, nicht ebenfalls in eine Krise geraten ist, angesichts unserer neuen innenpolitischen Verwerfung. Diesen Herausforderungen müssen wir uns auch als Stiftung stellen. Eine demokratische Geschichtspolitik lebt von diesen Voraussetzungen und eben nicht von staatlichen Dekreten und Verboten. Meine zweite Anregung bezieht sich auf die Frage, warum erst 28 Jahre nach dem Mauerfall offensichtlich die Auswirkungen von mentalen wie strukturellen Verwerfungen in den Ländern des ehemaligen Ostblocks an den Tag kommen. Die Ursachen für einen Nationalismus der Abschottung liegen offensichtlich kollektive Erfahrungen der Ausgrenzung und Abwertung zugrunde. Da können wir durchaus die ehemalige DDR dazuzählen. Und die in ihren strukturellen Ursachen jetzt erst manifest werden. Verblüffend auch in welcher Weise diese Nationalismen offensichtlich in vielen Ländern auf latente Einstellungen vor 1989 zurückgreifen können und wie es ihnen gelingt, alte nationale Mythen neu zu beleben oder beziehungsweise auch die Geschichte umzuschreiben. Dieser neue Nationalismus ist in einigen Ländern politikbestimmend geworden. Diese Einstellungen legen nach der Euphorie der unmittelbaren Wendejahre eine Problemgeschichte der Gegenwart nahe, in der theologische Gewissheiten der Wendejahre, dass die Gesellschaften in Europa sich zunehmend liberalisieren und demokratisieren werden, ja, dass wir zu einer großen europäischen Erzählung kommen, wie das Klaus Wegewie 2009 schon gefordert hat, deutlich in Frage gestellt werden. Mein dritter Punkt. Brüche, Ambivalenzen und Widersprüche. Die Gesellschaften, über die wir heute und morgen reden werden, sind alle zumindest formal demokratisch. Sie sind öffentlicher Kritik von außen und von innen ausgesetzt. Geschichtspolitik ist also auch ein umstrittenes Feld im öffentlichen Raum, an dem verschiedene Akteure beteiligt sind. Nicht übersehen dürfen wir daher die Widersprüche, die die staatlichen Interventionen in einigen Ländern erzeugen und die in erster Linie von nichtstaatlichen Akteuren vorangetrieben wird. Die Aufgabe, der sich die Stiftung verpflichtet fühlt und das auch in ihren Auslandsbüros konsequent macht, ist, der kritischen Öffentlichkeit und der Zivilgesellschaft eine Stimme zu geben. Bevor ich nun an Frank Bösch übergebe, möchte ich mich ganz herzlich bei ihm für die sehr angenehme und konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Es war immer eine Verständigung der kurzen Ege und es war sehr harmonisch. Auch die Kooperation mit dem Verband Deutscher Historiker und Historikerinnen haben wir Ihnen zu verdanken. Lobend erwähnen möchte ich auch an dieser Stelle noch meine Mitarbeiterin Annika Magnussen, die das logistische Rückgrat dieser Veranstaltung darstellt. Und mein Dank gilt unserem Tagungsbüro, was uns wieder in angenehmer Weise auf alles vorbereitet hat und die ganze Technik und Versorgung zur Verfügung gestellt. Ich habe jetzt noch eine Ansage zu machen. Wir werden das Panel heute Abend und morgen simultan Englisch-Deutsch übersetzen lassen, weil zwei unserer Referenten gebeten haben, auf Englisch sprechen zu dürfen und das erschien uns die einfachste Lösung. Die beiden nachfolgenden Pellen sind auf Deutsch. Wir haben eine Programmänderung. Die Legüven hat leider aus Krankheitsgründen abgesagt. Es ist uns wirklich in letzter Minute gelungen, den Journalisten und Schriftsteller Sabay Senocak dafür gewinnen zu können, morgen den Part über die Türkei zu übernehmen. Bitte schön, Frank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich darf den Dank auch gleich zurückgeben. Wir haben vor etwa einem Jahr begonnen, diese Tagung vorzubereiten. Und wenn man allein nur reflektiert, was es an geschichtspolitischen Eingriffen gab im letzten Jahr, ich erwähne nur die CU Budapest beispielsweise, dann zeigt das, dass es wirklich Zeit war, etwas zu organisieren. Denn die Gründe liegen auf der Hand. Die Eingriffe in Archive, Institute, Forschungseinrichtungen, die Entlassungen bei Museen, bei Bildungseinrichtungen bis hin zu Schulen, Die Eingriffe in Schulbücher, in die Änderungskultur, machen deutlich, dass wir in gewisser Weise stärker noch vielleicht als zuvor hier grenzübergreifend auch mit diesem Phänomen des neuen Nationalismus und der damit verbundenen Geschichtskultur, Geschichtspolitik auseinandersetzen müssen. Nun könnte man argumentieren, dass es in Ländern mit populistischen oder autoritären Regierungen größere Probleme gibt als die Geschichtspolitik. Dennoch halte ich das Thema für ganz zentral. Allein schon deswegen, weil viele populistische Regierungen der Geschichtspolitik eine sehr große Bedeutung beimessen. Warum ist die Geschichtspolitik für Populisten, für autoritäre Regime von so großer Bedeutung? Ich möchte einleiten, fünf Gründe nennen, die vielleicht auch für unsere Tagung von Bedeutung sein können. Erstens beruht ihr Nationalismus natürlich, der ihre Wahlerfolge auch maßgeblich mit beeinflusst, auf spezifischen Geschichtsbildern, die mit der Annahme eines kulturellen Verfalls verbunden sind. Diese legitimieren ihre Politik, etwa die Ausgrenzung von Migranten. Und sie sind ein zentraler Teil ihrer Identitätspolitik. Zweitens ist die Haltung zu historischen Positionen funktional ein Ansatz, um Kritiker auszuschalten, da ihre Positionen als Ideologie gefasst werden und damit personelle Eingriffe bis hin in Museen oder den Schulbetrieb gerechtfertigt werden. Drittens spielt die Geschichtspolitik mittlerweile eine überraschend große Bedeutung in außenpolitischen Positionierungen. Der Mord an den Armeniern oder die Frage der deutschen Reparationen an Polen werden so zu Ecksteinen, die die internationalen Beziehungen beeinflussen. Die Positionierung zur Geschichte ist für unterschiedliche Strömungen zu einem Prüfstein geworden, um moralisch zu bewerten und sie sind Anlass für Medienkriege, die nach innen wiederum mobilisieren. Viertens ist die Geschichtspolitik von größerer Bedeutung, weil die Einschränkungen eines offenen historischen Diskurses nicht nur die Freiheit der Wissenschaft berühren, sondern es geht hier um die Freiheit der Demokratie, um demokratische Verfahren, auch der Kontrolle. Denn es geht uns ja nicht nur um das Verfassen etwa von zeithistorischen Büchern, wenn wir in die Archive gehen und diese Archive plötzlich geschlossen sind, sondern es geht auch um demokratische Kontrolle von Herrschaft und eine Verständigung über die bisherigen und gegenwärtigen Regeln und Normen einer Gesellschaft. Einen letzten, fünften Punkt möchte ich erwähnen. Viele Populisten träumen selbst davon, in die Geschichte einzugehen, die Geschichte zu verändern. Und das gilt nicht nur für die großen Köpfe von Erdogan oder Putin, die selbst Geschichte bauen, wenn man allein nur an den neuen Präsidentenpalast denkt, sondern es gilt auch für, sagen wir, noch kleinere, noch unbedeutendere Parteien wie in Deutschland die AfD. Sie alle haben vielleicht, oder viele von Ihnen haben, Björn Höckes berühmte Januar-Rede in Dresden gelesen. Ich zitiere einen Teil daraus, der es nicht in die Medien geschafft hat. Zitat, es sind nur willensstarke Menschen, die Geschichte schreiben und das wollen wir tun. Die von ihm geforderte, oft zitierte erinnerungspolitische Wende um 180 Grad ist nur ein Teil davon. Denn bei Populisten dominiert der Glaube durch Anordnung von Ohm, den Lauf der Geschichte zu verändern. Unsere Tagung wird offen diskutieren, ob und auf welche Weise es tatsächlich zu Verschiebungen in geschichtspolitischen Diskursen kommt. Charakteristisch ist sicherlich ein permanentes Aushandeln von Grenzen. Egal, ob in Ungarn, über das wir morgen sprechen, etwa Viktor Orban Horthy als Ausnahmestaatsmann würdigt, obgleich dieser bekanntlich Hitlers Verbündeter war und für die Judendeportation maßgeblich mitverantwortlich. Oder wenn in Deutschland Alexander Gauland, die Wehrmachtsoffiziere, als ein ganz normales Vorbild, wie die Offiziere des Zweiten Weltkrieges in Frankreich oder Großbritannien empfiehlt. Eine Demokratie muss natürlich unterschiedliche Bewertungen der Geschichte aushalten können. Entscheidend dabei ist, auf welche Weise wissenschaftlich nicht haltbare Behauptungen akzeptiert und politisch durchgesetzt werden. Wir werden zudem diskutieren müssen, Frau Zepp hat es eben gerade angesprochen, inwieweit diese Entwicklungen spezifisch postkommunistisch zu verstehen sind, mit der Tradierung etwa einer autoritären Kultur, den ökonomischen Umwälzungen der neuen sozialen Ungleichheit in postsozialistischen Gesellschaften. Zweifelsohne wird hier auch an alte Formen des Nationalismus und antiwestliche Stereotype aus sozialistischen Zeiten angeknüpft. Dennoch reicht diese Perspektive nicht aus, um vieles zu erklären. Denn zum einen gibt es verschiedene postsozialistische Länder, die eine andere politische und auch geschichtspolitische Entwicklung genommen haben. Und deswegen haben wir auch ein Panel zu Estland, auch eins zu Tschechien hier eingefügt, um vergleichend alternative Wege aufzuzeigen. Zum anderen zeigt sich der neue Nationalismus und damit eben auch gewandelte geschichtspolitische Debatten und Vorstellungen, ebenso in Westeuropa. Daher eben auch ein Panel, das Deutschland, das Österreich, das auch in dem Fall die USA vergleichend betrachtet. Und selbst wenn die FPÖ oder die AfD oder auch der Front National nicht regieren, beeinflussen sie ähnlich wie Trump natürlich die Debatte und die Öffentlichkeit arbeitet sich an ihren Begriffen und Vorstößen ab. Und auch Umfragen zur Fremdfeindlichkeit zeigen, wenn man die letzten Studien nimmt, dass die größte Fremdfeindlichkeit in vergleichenden Studien in Polen, in Rumänien ausgemacht werden, aber nicht weiter hinter, ebenso in Frankreich, in Großbritannien. Die Ursachen für den neuen Nationalismus lassen sich ohnehin nur im grenzten Maße ökonomisch fassen, sondern sind stark kulturell geprägt. Das zeigt bereits einen Blick auf die Wähler. Und das bringt mich zu einem weiteren Punkt, den wir vielleicht diskutieren könnten. Gewählt werden populistische, autoritäre Parteien überdurchschnittlich stark in vielen der meisten Ländern von Männern, obwohl Frauen ökonomisch von den Verwerfungen meist stärker betroffen sind. Diese Gender-Dimensionen sollten wir auch geschichtspolitisch in den Blick nehmen. Denn die nationalen historischen Symbole und Mythen, an die die Rechtspopulisten appellieren, sind meist Zeichen männlichen Heldenmutes, die das Selbstwertbefühl berühren und erheben. Frauen werden dagegen meistens in diesen Geschichtsnarrativen als Opfer dargestellt. Die neuen historischen Identifikationsangebote, die nun von Polen bis hin zur Türkei Präsenz gewinnen, reagieren damit auf ein Deklassierungsgefühl in einer globalisierten und liberalen Welt. Individuelle Erfahrungen und Geschichtspolitik sind damit durchaus verbunden. Die Geschichtspolitik der Rechtspopulisten ist deshalb, so eine weitere Hypothese, stets auch mit Opferzuschreibungen verbunden. Die Erzählung, das eigene Volk sei Opfer fremder Mächte geworden, die die eigentliche kulturelle Größe schmälern. Auf unserer Konferenz haben wir einerseits bewusst Spezialisten aus den unterschiedlichen Ländern eingeladen, zugleich aber auch deutsche Spezialisten für die Region und eben auch Spezialisten für die Erinnerungskultur in diesen Feldern. Was sind die Ziele der Veranstaltung? Zunächst geht es uns um eine aktuelle Bestandsaufnahme. Was wir fortlaufend zur Kenntnis nehmen, sind natürlich schrille Zitate, prominente Entlassungen in anderen Ländern. Aber viele Veränderungen sind natürlich schleichend, funktionieren schrittweise, sind etwas, was wir hier aus Deutschland oder aus Berlin schwer wahrnehmen. Insofern hat und soll jeder Referent zunächst die Möglichkeit erhalten, in fünf bis maximal zehn Minuten in der Regel sein Land, seine Beobachtungen auch vorzustellen. Zudem wollen wir aber, und das ist ein wichtiges Ziel dieser Tage, durch eine vergleichende Betrachtung fragen, inwieweit wir übergreifende Merkmale der Geschichtspolitiken ausmachen können. Welche Interaktionen bestehen vielleicht zwischen den Ländern? Welche Rolle spielen Medien? Welche Rolle spielen Wissenschaftler jeweils? Was wird wie durchgesetzt? Welche Formen des öffentlichen Widerstands haben jeweils Erfolg? Wir hoffen auf Querverweise in den Sektionen und wir haben am Ende auch eine Abschlusssektion, die das Ganze noch einmal bündelt. Und schließlich soll die Veranstaltung Möglichkeiten ausloten, wechselseitige Unterstützung anzubieten. Aus deutscher oder auch aus meiner persönlichen Sicht kann ich sagen, dass wir immer wieder einiges probiert haben, um Unterstützung zu leisten. Auch mein Institut, auch meine Universität Potsdam bietet Stipendien an für verfolgte Wissenschaftler. Ich sage es hier auch noch mal für alle, die vielleicht auch jemanden kennen, der entsprechend bedürftig ist. Wir haben versucht, auch Netzwerke aufzubauen. Historians Without Borders beispielsweise hat sich konstituiert, wo sich verschiedene engagieren. Und auch natürlich haben wir Protestbriefe geschrieben vom Historikerverband, von der Leibniz-Gemeinschaft, der das Institut, das ich leite, auch angehört. Die Antwort, die wir etwa von Orbán kriegen, immerhin haben wir eine unterschriebene Antwort bekommen, war, dass er sich bedankte für unser Interesse an Ungarn, aber dass wir uns doch aus den falschen Medien informiert hätten. Und insofern uns doch mal die richtigen Informationen einholen. Und das tun wir heute auch. Ein resignativer oder gar apokalyptischer Ton ist dennoch unangemessen. Vieles, was als dramatische geschichtspolitische Wende angekündigt wird, findet vielleicht nur eine begrenzte Umsetzung im besten Fall. Dies liegt mitunter an öffentlichen Protesten, aber auch daran, dass Rhetorik und Praxis des Populismus sich mitunter unterscheiden. Insofern bin ich sehr gespannt auf diese Panel. Wir haben lange diskutiert, ob wir sie systematisch anlegen oder nach einzelnen Ländern, aber ich glaube, es ist sehr gut, dass wir mit zwei besonders wichtigen Fällen, Polen heute, morgen früh Ungarn, anfangen, die im Zentrum auch sicherlich der europäischen Aufmerksamkeit stehen. Und jetzt bin ich gespannt auf die Tagung und danke Ihnen ganz herzlich zu hören. Vielen Dank. Es funktioniert, ja. Guten Abend. Nachdem jetzt so viel gesagt worden ist, würden wir gleich zu der ersten Diskussion übergehen. Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen und möchte zunächst unsere Gäste vorstellen. Professor Paweł Maczewicz ist Historiker, bekannt vor allem als Gründungsdirektor des Museums des Zweiten Weltkrieges in Danzig. Diesen Posten hielt er bis April 2017 inne, als der polnische Kulturminister der aktuellen Regierung ihn nach langen Rechtsstreitigkeiten entlassen hat. Und wie es dazu kam, wird uns Professor Maczewicz auch bestimmt persönlich erklären. Sein beruflicher Werdegang begrenzt sich aber nicht nur auf das Museum. Er ist Mitarbeiter des Instituts für politische Studien an der Polnischen Akademie der Wissenschaften, derzeit auch am Wissenschaftskolleg in Berlin. Er war Mitarbeiter beim Institut für nationales Gedenken, wo er 2002 eine sehr wichtige zweibändige Quellenausgabe redigierte, in der die Judenermordung aus Jedwabne dokumentiert wurde. Er ist Autor zahlreicher Publikationen zur polnischen, aber auch spanischen Geschichte. Herzlich willkommen. Dr. Florian Peters. Florian Peters ist ebenfalls Historiker, Mitarbeiter am Institut für Zeitgeschichte hier in Berlin. Er beschäftigt sich schon seit seinem Studium mit Polen und polnischer Geschichte. Seine Dissertation unter dem Titel Revolution der Erinnerung widmete er der polnischen Geschichtspolitik der 1970er und 80er Jahre aus sowohl staatlicher als auch oppositioneller Perspektive. Und ich muss gestehen, dass ich dieses Buch auf der Zugfahrt ins und vom Museum las. Es ist ein dickes Buch, also die fünf Stunden hin und zurück haben auch nicht ganz gereicht. Aber diese Lektüre war für mich auch ein Anlass zum Nachdenken über die Kontinuitäten und Ähnlichkeiten der gegenwärtigen polnischen Geschichtspolitik und der Geschichtspolitik vor 89. Und ich hoffe, dass wir auch darüber heute sprechen werden. Und unser dritter Gast ist Krzysztof Ruchniewicz, Professor, Direktor des Willy-Brandt-Instituts für Deutschland- und Europa-Studien an der Universität Breslau. Historiker, aber auch engagierter Public Historian, Autor eines populären Blogs über deutsch-polnische Themen. Ähnlich wie die beiden anderen heutigen Referenten hat Professor Ruchniewicz ebenfalls persönliche Erfahrungen und wissenschaftliche auch natürlich mit polnischer Geschichtspolitik gemacht. Er ist Mitglied der deutsch-polnischen Schulbuchkommission. Von 2010 bis 2015 war er Mitglied des wissenschaftlichen Beraterkreises der Stiftung Fluchtvertreibung Versöhnung. Er ist Autor zahlreicher Publikationen zur deutsch-polnischen Geschichte und habilitierte mit einem Buch über deutsche Entschädigungszahlungen für Polen nach dem Zweiten Weltkrieg, was jetzt ein wieder brandaktuelles Thema ist, anlässlich der jüngsten Reparationsforderungen der polnischen Regierung. Herzlich willkommen. Und ich heiße Magdalena Sariusz-Wolska. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Historischen Institut in Warschau und an der Universität in Łucz und habe die Freude und Ehre, das heutige Gespräch zu moderieren. Wir haben uns geeinigt, so wie Professor Bösch bereits sagte, dass jeder Referent kurz uns in die aktuelle polnische Geschichtspolitik aus seiner eigenen Perspektive einführen wird. Deswegen verzichte ich jetzt auf eine Einführung und gebe das Wort gleich an Professor Markzewicz weiter. Herr Professor Markzewicz wird Englisch sprechen, also bei Bedarf benutzen Sie bitte die Übersetzung. Vielen Dank für diese freundliche Einführung. Man hat mich gebeten, mich kurz zu fassen und insofern werde ich mich kurz fassen. Drei Aspekte sind es, die ich aufgreifen möchte. Es sind die wichtigsten Fragen, die zu tun haben mit der Geschichtspolitik und der aktuellen polnischen Regierung. Erstens, wir haben es zu tun mit dem offiziellen Kult der sogenannten verdammten Soldaten. Also das ist sehr schwer zu erklären, was es eigentlich ist. Ich versuche es nichtsdestoweniger. Die verfluchten oder verdammten Soldaten, wie man sie nennt, sind die kommunistischen Partisanen oder Guerilla-Kämpfer, die nach 1945 kämpften und die Historiker sagen, dass es davon mehrere tausend gab. Sie werden jetzt von der staatlichen Propaganda präsentiert als die wahren Helden der 1940er Jahre, die echten Helden jener Zeit. Der einzige Referenzpunkt hier ist es, sagt die Regierung, und das ist die einzige Gruppe, auf die die junge Generation blicken soll. Die Regierung des Landes ist ausgesprochen kohärent in der Verbreitung der Legende dieser antikommunistischen, verfluchten Soldaten. Hier geht es zum Beispiel um die Armee, den Zweiten Weltkrieg, die Geschichte des polnischen Geheimstaates während des Krieges. Wenn Sie eine rationale Erklärung wollen, was diese Emphase angeht, also diese Betonung dieser Cursed Soldiers, wie sie genannt werden, dann finden Sie die in dem Versuch einer Legitimierung im Gegensatz zu anderen moderateren, friedlicheren Strömungen, die sich in der antikommunistischen Widerstandsbewegung fanden. Also Ihre Legitimierung steht im Vordergrund im Gegensatz zu allen anderen friedlichen Widerstandsbewegungen, einschließlich der Solidarność. Die heutige Regierung geriert sich damit sozusagen auch als Nachfolger dieser verfluchten, verdammten und zum Vergessen gezwungenen Widerstandskämpfer und Soldaten. Zum Zweiten gibt es den permanenten Versuch an der Delegitimierung von Lech Walesa als Führer der Solidarność, als Führer der Oppositionsbewegung und als erster demokratisch gewählter Präsident Polens. Um dieses Ziel zu erreichen, bemüht man sich seitens der polnischen Regierung zu verweisen auf die frühen 1970er Jahre. Man erinnert daran, dass Lech Walesa in dieser Zeit kurzfristig mit dem kommunistischen Geheimdienst kooperierte und diese Kooperation setzte sich in den 1980er Jahren fort. Walesa ist ja der Führer der Solidarność seit den 1980er Jahren und es wird eben diese Konstruktion gewählt, um zu implizieren, dass er quasi im Interesse der Kommunisten gehandelt habe. Damit diskreditiert man nicht nur die Solidarność, sondern man unterminiert auch die Glaubwürdigkeit und die Demokratie dieser dritten Republik, dieses neuen polnischen Staates, der in den 1980er Jahren geschaffen wurde. Man sagt, hier haben wir einen korrupten Staat, er wird durchdrungen von den postkommunistischen Eliten und Lech Walesa ist sozusagen die Schlüsselfigur in diesem Spiel. Das ist die staatliche Propaganda, die hier ganz stark auch diese Bilder wieder aufleben lässt, dieser sogenannten verfluchten Soldaten, die starben und sie verbindet mit Bildern von Lech Walesa am runden Tisch. Dann gibt es zum Dritten die Regierung, die einen ganz eigenen Ansatz fährt, was die Thematisierung des Zweiten Weltkrieges in der polnischen Politik angeht. Diese ist im Grunde zum Gegenstand der wichtigsten politischen Kontroverse Polens im letzten Jahr geworden. Ich werde das jetzt hier nicht in Gänze noch einmal referieren, und das ist ja umfassend auch in den deutschen Medien dargestellt worden. Ich werde allerdings versuchen zu erklären, was das bedeutet, worum es da eigentlich geht. Also meiner Meinung nach natürlich. Ich möchte in diesem Zusammenhang sagen, dass wir hier eine kohärente Angriffslinie haben, die von polnischen Historikern konstruiert wird, die sehr viel aussagt über die Denke der Menschen, die heute Polen regieren und versuchen, die Geschichte neu zu schreiben. Diese kohärente Angriffslinie hat mit der Tatsache zu tun, dass wir eben in der Geschichte ja nicht nur die polnische Geschichte referieren, sondern gleichzeitig auch die Geschichte anderer Länder repräsentieren. Der Zweite Weltkrieg, das ist logisch, ist natürlich nicht nur ein lokaler Konflikt gewesen, sondern impliziert natürlich auch viele andere Nationen. Aber eine Darstellung, wie wir sie heute sehen, hat auch sehr viel zu tun mit dem Versuch, das polnische Heldentum, das polnische Märtyrertum ins Zentrum zu stellen. Man versucht also, eine Geschichte zu repräsentieren, die ein ganz eigenes Bild Polens im Zweiten Weltkrieg zeigt. Kritisiert wird also alles das, was eine falsche Darstellung in den Augen der Regierung darstellt. Wir haben dagegen im Museum, bei der Gründung und beim Aufbau des Museums versucht, das anders zu gestalten. Wir haben auch versucht, eine andere Darstellung zu wählen, als den Krieg nur als Tragödie zu sehen, damit junge Menschen sich auf eine andere Art und Weise mit ihm auseinandersetzen können. Das wurde ebenfalls von der Regierung kritisiert und so wurde es auch von Vertretern des Kultusministeriums in Kommentaren zum Museum des Zweiten Weltkrieges geschrieben. Dann gibt es zum Dritten den Aspekt der Erinnerung unter dem Aspekt Errungenschaften der polnischen Soldaten, des polnischen Heeres, also die militärische Dimension. Auch das führte zu Kontroversen. Diese konzentrieren sich letztendlich darauf, dass jede Art von Geschichte abgelehnt wird seitens der Regierung, die jenseits der nationalen Perimeter sich verortet. Die Kontroverse zwischen unserem Museum und der Regierung ist daher eigentlich Teil eines Phänomens, was eben nicht nur in Polen sichtbar ist, sondern das wir überall beobachten können, sogar in den USA. Hier geht es nämlich darum, dass jede Perspektive, die nicht originär national ist, kollidiert mit der Perspektive der Regierung, die selbst wiederum eine antieuropäische, isolationistische Herangehensweise wählt. Das ist eigentlich sehr, sehr sichtbar geworden in Polen in den letzten zwei Jahren. Dann haben wir noch eine andere Ebene dieser Kontroverse, die ganz spannend ist. Das ist vielleicht noch politischer, findet sich aber auch noch einmal wieder in anderen Kontexten, die mit Geschichte und Kultur zu tun haben, nämlich eine Regierung, die demokratisch gewählt ist, hat natürlich das Mandat auch zu intervenieren in Museen, die staatlich sind und damit natürlich in das Museum des Zweiten Weltkrieges und auch andere Museen in Polen. Aber auf der anderen Seite haben wir es natürlich zu tun mit der Autonomie der Kultur und wer das Land regiert, sollte eigentlich keinen Einfluss nehmen auf den Inhalt einer historischen Ausstellung. Der Kultusminister sagte aber klipp und klar im polnischen Parlament, dass seine Partei, seine Regierung, das politische Mandat habe, die Ausstellung im Museum für den Zweiten Weltkrieg zu ändern und diese umzugestalten. Und das ist ein klarer Clash, ein ausgesprochener Kollisionskurs, der darauf verweist, wie die Geschichte im Zusammenhang mit der Politik der Regierung gedacht werden muss. Vielleicht noch einmal eine Erinnerung an das, was Kaczynski gesagt hat vor ein paar Monaten in diesem Zusammenhang. Er verwies auf eine politische Krise und es handelte sich damals um die Einflussnahme der Regierung auf die Gerichte. Kaczynski gab ein Fernsehinterview und da mischte er alle Themen zusammen. Er sagte, die Deutschen wollen ihr Geschichtsverständnis den Polen aufzwingen und das Museum des Zweiten Weltkrieges sei Teil der deutschen Politik oder der deutschen Geschichtspolitik und nicht der polnischen Geschichtspolitik, aber es sei ein Geschenk von Donald Tusk und Angela Merkel. Wenn unsere Regierung das Museum tatsächlich polnisch machen wolle, müsste etwas anderes gemacht werden. Die Gerichte haben die Regierung lange daran gehindert, hier zu intervenieren. Die Gerichte waren auf der Seite des Museums. In dieser Auseinandersetzung, das Verwaltungsgericht hat mehrere Monate die Liquidierung des Museums suspendiert. Kaczynski aber sagte, diese Geschichte ist einer der Gründe, warum die Gerichte wesentlich besser und stärker regiert werden müssen, von der Regierung, also kontrolliert und gesteuert werden müssen, von der Regierung. Und ich habe mich auf dieses Interview bezogen im letzten Kapitel eines Buches, was ich gerade über das Museum für den Zweiten Weltkrieg beschreibe. Es ist ein wirklich eklatantes Beispiel, das zeigt, dass es durchaus möglich ist, in Polen sämtliche politische Bedrohungen zusammenzuwerfen. Politik an sich, Geschichtspolitik, polnisch-deutsche Beziehungen, alles wird hier in einen Topf geworfen und natürlich auch Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Vielen Dank für die Nachzeichnung der unterschiedlichen Delegitimisationsstrategien. Und als Nächsten möchte ich Florian Peters bitten, uns die Situation aus seiner Perspektive zu schildern. Das will ich gerne tun. Ich hoffe, ich bin zu verstehen. Das hört sich ganz gut an. Ich denke eigentlich, werden wir alle, die wir hier auf dem Podium sitzen, uns in der grundsätzlichen Perspektive auf das, was in Polen derzeit geschieht oder seit 2015, seit dem Regierungsantritt von Recht und Gerechtigkeit geschehen ist, relativ einig sein. Es ist offensichtlich, dass wir es mit einem radikalen Bruch zu tun haben, nicht nur auf geschichtspolitischer, aber eben auch auf geschichtspolitischer Ebene mit dem pluralistischen Erbe der 25 Jahre des postsozialistischen, demokratischen, wie auch immer man es bezeichnen will, Polen, wie wir es seit 1989 gekannt haben. Und dieser Bruch wird auch ganz bewusst als solch ein Bruch inszeniert von Seiten der Regierung. Das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein. Herr Machcevic hat ja schon die wichtigsten Punkte im Prinzip, auf denen diese Auseinandersetzung stattfindet, sehr detailliert hier skizziert. Natürlich ist das die rabiate Auseinandersetzung um das Museum des Zweiten Weltkriegs. Das ist aber auch die politische und inhaltliche Neuausrichtung des Instituts des Nationalen Gedenkens, immerhin des größten zeithistorischen Forschungsinstituts in Ostmitteleuropa, also der polnischen Entsprechung der deutschen GAUK-Behörde, deren Leitung komplett ausgetauscht worden ist und auch weniger von Wissenschaftlern bestimmt wird, als eben stärker der Politik direkt unterworfen ist in der Ausgestaltung. Und inhaltlich macht sich das eben fest an den verschiedenen Punkten, die Sie auch genannt haben, die verfemmten Soldaten, diese mediale Hetzjagd auf Lech Wawensa, die sich, glaube ich, dadurch verbinden lassen, dass sie ein gewisses Lob der Kompromisslosigkeit eigentlich als wesentlichen Bestandteil polnischen nationalen Patriotismus eigentlich voraussetzen. Also es ist ein Narrativ, was immer sehr schnell beim Vorwurf des Verrats angekommen ist. Jeder Kompromiss, den man eben damals als ehemaliger AK-Kämpfer oder auch nationalistischer Partisan am Ende des Krieges hätte machen können, mit dem neuen kommunistischen Regime, wird als Verrat ausgelegt. Ebenso wie eben das Verhalten Lech Wawensas, der eben als junger Arbeiter nach 1970 sich darauf eingelassen hat, wohl mit der Staatssicherheit zu sprechen. Anfang der 70er Jahre wird als Verrat ausgelegt. Genauso wie das Verhalten der gesamten liberalen Oppositionseliten am runden Tisch 1989 mit den Kommunisten dann zu verhandeln, eben als Verrat an den wahren patriotischen Werten wahrer Polen ausgelegt wird. Das scheint mir der gemeinsame Nenner dieser gesamten Geschichtspolitik zu sein, die sich da natürlich auch festmacht, sozusagen am jüngsten Beispiel an dem Verratsnarrativ in Bezug auf das tragische Flugzeugunglück von Smolensk. Wenn wir uns also diese Entwicklungen anschauen, dann ist natürlich die Frage, woher das kommt. Denn natürlich kommen diese radikalen, teilweise vielleicht von außen auch verschwörungstheoretisch wirkenden Narrative nicht aus dem luftleeren Raum. Und sie sind ja auch kein, wie Herr Machcevic ja zu Recht auch schon angesprochen hat, sie sind ja auch kein exklusiv polnisches Phänomen, sondern sie sind letztlich ein europaweites Phänomen. Sie kommen auf in einem Moment, das man vielleicht so als Ende der Alternativlosigkeit in verschiedener Hinsicht bezeichnen könnte. Wir sehen das ja auch an Entwicklungen in Großbritannien, in Brexit, jetzt gerade in Katalonien, in Spanien. Wir sehen das auch in Deutschland, nicht nur in Sachsen, sondern auch hier in Berlin und überall in Deutschland an den Wahlergebnissen, dass ein bestimmtes gesellschaftliches Integrationsmodell, was sich vor allem auf ökonomische Leistungsfähigkeit, auf Wohlstandssteigerung fokussiert hat und was eben sehr stark bis zur Finanzkrise, das würde ich schon sagen, auch mit einer neoliberalen Verwettbewerblichung unserer Gesellschaften einhergegangen ist, dass dieses Integrationsmodell an Attraktivität verloren hat, europaweit. Und Polen scheint mir da ein sehr interessantes Beispiele zu sein, weil wir hier ja eigentlich das Land haben, wo wir einerseits die stärkste zivilgesellschaftliche Gegenbewegung gegen den Staatssozialismus hatten, mit der Solidarność 1988-81 und dann aber den radikalsten Bruch zu einer neoliberalen Schocktherapie mit dem Balzerowitschplan 1989, die eben im Wesentlichen auch von einer Regierung durchgeführt wurde, die sich eben auf die Legitimität dieser damaligen Oppositionsbewegung berufen hat. Und mir scheint, dass dieser Bruch eigentlich zwischen diesem zivilgesellschaftlichen Aufbegehren von unten, was ein sehr stark auf gemeinsamer historischer Agency beruhendes Aufbegehren war, was sich sehr stark auch auf Arbeiter gestützt hat, dass dieses Aufbegehren in dieser Transformationszeit sehr wenig Widerhall gefunden hat in der Geschichtspolitik, im Gründungsmythos eigentlich dieses demokratischen Polens. Wenn Sie in Danzig nicht in das neu eröffnete Museum des Zweiten Weltkriegs gehen, sondern in das europäische Solidarność-Zentrum ein paar Straßen weiter, dann wird dort ja genau diese Zeit gezeigt. Und das beginnt mit einem Raum, wo Sie so richtige Arbeiterromantik sehen, wo Sie die Helme der Werftarbeiter an der Decke hängen haben. Sie haben die Spinde sogar der Arbeiter dort rekonstruiert. Und es endet dann in einem relativ geraden Durchgang. Also das Kriegsrecht ist natürlich bedrohlich. Es ist so ein Moment der Suspens eigentlich, so wie man das aus dem guten oder auch so typischen Sonntagabends-Krimi eigentlich kennt, ist es so ein typisches Suspensmoment. Aber am Ende haben Sie dann einen Saal, der heißt Triumph Volnosschi, also Triumph der Freiheit. Und da ist dann sozusagen alles, was vorher angelegt war, ist sozusagen jetzt triumphal erfüllt. Das ist das Narrativ, was dort gezeigt wird. Und wenn Sie dann rausgehen aus diesem Museum, was eben sich direkt auf dem Gelände der ehemaligen Danziger Werft befindet, dann sehen Sie, was dieser Triumph der Freiheit tatsächlich bedeutet. Er bedeutet, dass Sie stehen auf einer riesigen Brache, die nämlich dieses Werftgelände heute ist, auf dem sich eben sozusagen diese großindustrielle Arbeit, die Sie am Anfang noch 1980 dort, in dem ersten Teil der Ausstellung noch idealisiert gefunden haben, wo die sozusagen nur noch eine vage Erinnerung ist. Und mir scheint schon, dass dieses, ich sag mal, liberale Narrativ vom Triumph der Freiheit 1989, sozusagen, so wie es auch in Polen in den letzten 25 Jahren propagiert wurde, kultiviert wurde, dass das Glaubwürdigkeitsprobleme hat. Und dass das schon gewisse, dass es sehr viel, es gab sehr viel, sehr viel kritische Aufarbeitung, auch von schwierigen Themen in der polnischen Geschichte. Herr Machtsewitsch ist ja auch einer der Protagonisten dieser Aufarbeitung, wenn wir an Jedwabne und andere Fälle denken. Aber mir scheint, dass es gerade im Hinblick auf diese Brüche, auf diese schwierigen Transformationserfahrungen in Polen sehr viel weniger kritische und auch selbstkritische Diskussionen gegeben hat. Und da glaube ich schon, dass wir uns sehr genau auch anschauen müssen, wie Kaczynski und Recht und Gerechtigkeit, aber auch andere Rechtspopulisten außerhalb Polens in diese Lücken stoßen, die sie dann nämlich sozusagen mit ihren eigenen Verratsnarrativen füllen und dann eben diejenigen, die damals verhandelt haben mit den Kommunisten als Verräter an einer nationalen Sache aus dem gemeinsamen Kollektiv ausschließen. Was stattdessen passiert ist, ist, dass man sozusagen den Antikommunismus als kleinsten gemeinsamen Nenner zur Grundlage der polnischen Geschichtskultur gemacht hat. Und der Gründungsmythos eigentlich des demokratischen Polens war ja weniger der runde Tisch oder die Solidarność, sondern es war eigentlich vor allem der Warschau-Aufstand. Ein Ereignis, was ganz ohne Zweifel erinnerungswürdig ist, was allerdings natürlich auch in seiner Niederlage mit seinen Opfern ein unglaublich schwieriges und tragisches Ereignis war, was jedenfalls schwierig sozusagen als Grundlage für eine demokratische, zivilgesellschaftliche Erneuerung dienen kann. Und vor dem Hintergrund ist es dann, glaube ich, kein Wunder, wenn man sozusagen die eigenen, sozusagen, oder wenn man die Probleme, und das geht nicht nur um ökonomische Sachen, ganz wie Herr Wösch das schon angesprochen hat, sondern auch die kulturelle, den Mangel an Anerkennung, den sehr viele Menschen erfahren haben in dieser Zeit, die gerade in einer Zeit, wo ihnen eben immer eingebläut wird, Wettbewerb ist alles das, was zählt, individuelle Leistungsfähigkeit ist das, was zählt. Wer sozusagen in dieser Zeit nur so eine, ich sage mal, flache, antikommunistische Erzählung geboten kriegt, der geht dann direkt zum Original und der glaubt dann auch ganz gerne, was Peace und Rechtsextreme, die also noch deutlich rechts von Peace auch stehen, ihnen dann über Verrat und verfilmte Soldaten und aber auch eben den Verrat der Solidarność-Eliten erzählen. Insofern glaube ich, dass wir uns schon eben, wenn wir uns auf die Suche nach den Ursachen dieser Entwicklung machen, sehr genau anschauen müssen, wie auch die liberalen Eliten in Polen in den letzten 25 Jahren mit ihrer eigenen Vergangenheit umgegangen sind. Vielen Dank für den ersten Erklärungsversuch. Professor Ruchnewitsch ist jetzt in der undankbaren Situation, dass er noch was sagen muss, nachdem so viel gesagt worden ist. Ja, zunächst vielen Dank für diese nette Vorstellung und auch für die Einladung nach Berlin. Ich fange jetzt etwas anders an und zwar am 15. September dieses Jahres wurde zum ersten Mal ein Trickfilm vorgestellt, auf den man sehr lange gewartet hat. Der Film war auch nicht zufällig an diesem Tag vorgestellt worden. Zwei Tage später, wie bekannt, jährte sich der Angriff der Rotten Armee auf Polen am 17. September 1939 und zwei Tage davor hat man diesen Film vorgestellt. Der Film dauert nur vier Minuten. Sie können diesen Film in der polnischen und englischsprachigen Fassung im Internet sehen. Worum geht es? Also der Film heißt Niezwyczajeni Unbesiegbar oder Unschlagbar In der englischen Fassung Unconquered Unconquered erzählt die Geschichte Polens in den letzten 80 Jahren. Das heißt beginnt im Jahre 1939 und endet mit dem Zusammenbruch des Kommunismus. Deswegen erzähle ich von diesem Film und lege so großen Wert darauf, denn meine Vorredner haben sehr viel über unterschiedliche Veränderungen gesprochen. Sie haben Themen genannt, die jetzt im Vordergrund gestanden haben und so weiter und so fort und alle diese Themen spiegeln sich in diesem kurzen Trickfilm wieder. Das heißt, man beginnt mit zwei Totalitarismen. Deswegen ist der Film kurz nicht vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Es könnte genauso gut auch am 23. August vorgestellt werden. Sondern man hat wahrscheinlich Dramaturgie wegen hat man ein bisschen später beschlossen, diesen Film zu zeigen. Das heißt kurz vor dem Überfall der Rotten Armee jetzt auf Polen. Das heißt, Polen wird von den zwei Gegnern jetzt geschlagen. Das heißt aber nicht, dass Polen geschlagen wurde, denn sehr schnell und das sehen wir auch im Film, konnte Polen weiterleben in Form eines Untergrundstaates und hier legt man einen ganz großen Wert jetzt auf die Darstellung des polnischen Untergrundstaates. Polen haben die ganze Zeit gekämpft, also das heißt von Anfang an. Dann sehen Sie auch unterschiedliche Stationen, es wird kurz erzählt über den Ghettoaufstand, auch den Warschauaufstand, aber es gibt auch sehr viele Sequenzen über den Kampf der Einzelpersonen und es ist interessant, was Kollege Machcevic auch ganz interessant auch sagte, es sind ausgewählte Personen, die in Polen einen Symbolcharakter haben. Um welche Personen handelt es sich? Es handelt sich nicht um die Personen, die wir bisher immer wieder vorgeführt haben, sondern es werden Personen dargestellt, die für eine bestimmte Sichtweise stehen. Zum Beispiel für die Rettung der Juden haben wir die Mission von Jan Karski und wir haben auch einen Versuch jetzt die Amerikaner über den Holocaust zu informieren. Was aber wir erfahren, das heißt Amerika möchte nicht hören, das heißt sie kommt nicht mit dieser Information klar. Dann haben wir zum Beispiel eine Sequenz, die jetzt über das Konzentrationslager Auschwitz erzählt. Da haben wir einen anderen Helden, jetzt Pilecki, der selber als Widerstandskämpfer sich jetzt in dieses Lager einschmuggeln ließ, um über die Vorgänge in diesem Lager zu berichten. Dann ist er selber nach dem Zweiten Weltkrieg von den Kommunisten umgebracht worden. Also könnte man sagen, ein Held, eine wichtige Person, eine wichtige Kultfigur würde man sogar sagen. Und solche Personen können Sie in diesem kurzen vierminütigen Film auch sehen, aber interessant ist, dass der Film zwar jetzt mit der Niederlage Polens endet, 1945, aber sie erfahren eigentlich nicht 1945 als Niederlage, sondern als Fortsetzung des Zweiten Weltkrieges. Deswegen haben wir zum Beispiel zu tun jetzt mit den verpfämten Soldaten, also das heißt das, was Kollege Marcevic auch kurz sagte, Soldaten, die nach dem Zweiten Weltkrieg das Gewehr nicht niedergelegt haben. Und dann gibt es einen ganz großen Sprung zu dem Posner Aufstand bis hin zu der Solidarnocht. Das heißt, über den Alltag zum Beispiel jetzt im Kommunismus erfahren Sie nichts. Das heißt, Sie erfahren nur über den Widerstandskampf der Polen und der Film endet mit dem Zusammenbruch des Ostblocks. Sie sehen einen Arbeiter, aber Sie erkennen das Gesicht dieses Arbeiters nicht. Das heißt, Sie finden auf der einen Seite Personen, die in bestimmten Licht dargestellt werden, aber Sie finden auch manche Personen nicht oder erkennen sie nicht, weil sie heute nicht präsent sein sollen. Zum Beispiel der Wałęsa, der wird hier namentlich nicht genannt. Das heißt, in dem Zusammenbruch des Ostblocks erfährt Polen jetzt ohne Wałęsa. Das ist die neue Sichtweise jetzt auf die polnische Geschichte, eine Kurzfassung und was bemäckert wird, das ist die Rolle der Frauen. Die Frauen spielen in diesem Film praktisch keine Rolle, bis auf Frau Sendler, die den Juden geholfen hat, wie bekannt, weil andere Frauen, die den Widerstand geleistet haben, sind völlig ausgeklammert. Was sie nicht finden, sie finden auch nicht zum Beispiel die Einbettung Polens in die europäische Geschichte. Das heißt, es entsteht der Eindruck, dass nur Polen gekämpft haben, dass die Polen Widerstand geleistet haben und der Zusammenbruch des Kommunismus verdanken sie den Polen. Das ist eine Meistererzählung, die gerade jetzt propagiert wird. Ich versuche das ein bisschen pointiert und verkürzt zu sagen und nicht ungefähr habe ich dieses Trickfilm jetzt gewählt, weil dieser Film, das muss man auch zugeben, sehr gut gemacht worden ist. Wenn Sie sich zum Beispiel an einen Vorgänger dieses Films erinnern, das heißt, in Shanghai im Jahre 2000 hat Polen einen anderen Film vorgestellt, 1000 Jahre Geschichte Polens. Das war anlässlich der Weltausstellung in Shanghai und ein ganz bekannter Trickfilmmacher hat diesen Film auch gemacht. Ich empfehle Ihnen, die beiden Filme zu vergleichen. Das heißt, was sich zwischen 2010 und 2017 verändert hat. Wohlgemerkt in dem ersten Film, also diesen Trickfilm von 2010 kommt auch nicht Wawensa jetzt zur Gesicht. Allerdings endet der Film, obwohl Polen damals noch nicht Mitglied, nein, Entschuldigung, es war 2000, Entschuldigung, nicht 2010, sondern 2000, der Film endet nicht jetzt mit dem Zusammenbruch des Kommunismus, sondern endet jetzt mit dem EU-Beitritt Polens. Also, noch nicht war Polen Mitglied, aber endet damit. Interessant ist, und ich würde ein bisschen vielleicht anders argumentieren als meine Kollegen, es prallen aufeinander zwei Stränge, die wir sehr stark nach 1989 sehen in Polen. Zum einen ist das, ich würde das nennen, die kritische Sicht auf die polnische Geschichte, beziehungsweise es wird manchmal auch genannt als kritischer Patriotismus, das ist abgeleitet jetzt nach Jan-Josef Lipski, das heißt, dass man in der eigenen nationalen Geschichte auch Schattenseite sieht und dass man ihnen sich auch ganz mutig stellt und versucht, auch darüber zu diskutieren und nicht nur innerhalb Polens, sondern auch mit den Nachbarn. Und es gibt die zweite Sichtweise, nämlich der zweite Strang, die affirmative Geschichte, die auch in den neunzigen Jahren auch sehr sichtbar war. Das heißt, das, was wir heute erleben, eine bestimmte Sicht auf die nationale Geschichte, ist nicht neu, vielleicht etwas verstärkt heute, wird dargestellt, dagegen aber alle diese zwei Stränge sehen wir in den neunzigen Jahren. In den neunzigen Jahren herrschte vor allem jetzt dieser erstgenannte Strang, nämlich der kritische Patriotismus, der kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte und vor allem das betraf unsere Beziehungen zu den Nachbarn, nicht nur innerhalb Polens, zu den nationalen Minderheiten, sondern auch jetzt, was jetzt unsere Beziehungen zu unseren nächsten Nachbarn, zum Beispiel polnisch-deutsche Beziehungen, polnisch-ukrainische Beziehungen. Ein ganz großes Problem war mit den polnisch-jüdischen Beziehungen. Im ersten und zweiten Fall konnte man auch ganz schön erklären, es gab auch Erklärungsmuster, Polen haben uns, die Deutschen haben uns überfallen, wir haben die Deutschen vertrieben. Das heißt, man konnte nach wie vor dieses Opfertum der Polen im Vordergrund stellen, dagegen aber kritisch auseinandersetzen. Die Deutschen sind vertrieben worden, aber es gab diesen Zusammenhang, nämlich Ausrufe des Krieges, die Folge, die Vertreibung. Im Falle der polnisch-ukrainischen Beziehungen griff dasselbe Erklärungsmuster ein, und zwar die Ukrainer haben uns in Volnien niedergemetzelt, also die sogenannte Volnien-Tragödie. Wir haben die Ukrainer nach dem Zweiten Weltkrieg im Rahmen der Aktion Weichsel und nach dem Zweiten Weltkrieg auch vertrieben. Also das heißt, man konnte so einfach erklären. Dagegen einen ganz großen Bruch und ich glaube, das war auch ein großer Bruch, was jetzt das Verständnis von Geschichte anbetrifft, das waren die polnisch-jüdischen Beziehungen und hier spielte in der Tat eine ganz wichtige Rolle der Fall Jedwabne, das heißt, dass auch die Polen zugeben mussten, dass sie unter Umständen auch zu Tätern geworden sind und wie viele, das löste auch eine polenweite Debatte aus und wie viele Polen war das wirklich eine sehr schmerzhafte Debatte, weil sie praktisch alle betraf. Das heißt, man konnte auch gleichzeitig auch Abwehrmechanismen auch finden und so kann man sagen, dass gerade ab diesem Punkt, nämlich ab 99, 2000, der andere Strang, die affirmative Geschichte oder die affirmative Sicht auf die Geschichte doch auch immer wieder zur Sprache kam. Das heißt, man hat nicht die Schattenseiten der Geschichte im Vordergrund gestellt, sondern man hat versucht, nur die positive Rolle Polens in der Geschichte darzustellen. Und das, was wir heute erleben, ich glaube, das ist diese auch Fortsetzung, diese Vorstellung, dass wir vor allem uns auf die positiven Seiten in der Darstellungsgeschichte konzentrieren sollen, weil wir selber sehen, und das ist diese Festungsmentalität, ich würde das damit auch ein bisschen erklären, das heißt, dass wir von innen belagert sind, aber auch von außen. Das heißt, viele Probleme, mit denen Polen heute zu tun hat, innerhalb Polens, auch die vielen Reformen, die begonnen sind, aber auch außerhalb Polens, das heißt, in Bezug jetzt auf unsere Beziehung zur Europäischen Union oder zu den anderen Staaten der Europäischen Union, abgesehen von Ungarn, wecken sehr große Probleme und werden mit diesen historischen, positiven Zeiten überdeckt. das heißt, man versucht zumindest zu zeigen, dass Polen in der Geschichte sehr gläureich war und dieser Film ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass wir immer gekämpft haben, dass wir gesiegt haben, sind aber von den anderen nicht verstanden worden. Um das jetzt auf den Punkt zu bringen, was jetzt vielleicht als zwei Themen auch in Bezug auf Ausland anbetrifft, könnte man nennen, zum Beispiel diese unsägliche Debatte über die sogenannten polnischen Konzentrationslager und das Thema ist in Polen praktisch zu einem ganz großen Thema geworden. Aber es gibt sehr viele Beispiele dafür. Zum Beispiel vor wenigen Monaten hat jetzt ein Schüler mit dem polnischen Hintergrund in Deutschland im deutschen Schulbuch bei Klettverlag eine Passage gefunden, wo die Rede war jetzt über die polnischen Konzentrationslager. Selbstverständlich können sie sagen, ja, man hat eigentlich geografisch gedacht und so und nicht anders die Lager jetzt platziert. Wolger Merkel, in diesem Schulbuch gibt es keine Rede über die deutsche Okkupationspolitik in Polen, abgesehen von dem Holocaust. So ist auch zu erklären, dass es dann auch zu einer Debatte innerhalb ist, nicht innerhalb Deutschlands. In Deutschland hat sich praktisch keinem dafür interessiert, sondern nur innerhalb Polens, wo man jetzt dieses Beispiel als Paradebeispiel für die Manipulation der Geschichte jetzt gemeldet hat. Die Folge ist, ich schließe gleich, die Folge war, dass die deutsch-polnische Schulbuchkommission den Verlag angeregt hat, eine zusätzliche Seite auszuarbeiten. Dazu hat der Verlag auf eigene Initiative noch eine Unterrichtseinheit zur Verfügung gestellt und damit hat das Problem oder weniger gelöst. Gelöst ist das Problem nicht. Wenn Sie zum Beispiel die letzte Meinungsumfrage zur Hand nehmen, die Spiegel unter anderen veröffentlicht hat, das ist von der Körberstiftung gemacht worden, was wissen die deutschen Schüler über Auschwitz, hat man nicht gefragt nach dem deutschen nationalsozialistischen Konzentrationslager Auschwitz-Börkenau, sondern was wissen Sie über Auschwitz-Börkenau? Also das heißt, ohne Zusatz, deutsch-polnisch erledigt, sondern einfach, was wissen Sie danach und Sie sicherlich wissen, dass die deutschen Schüler, also zwischen 14 und 17, haben praktisch keine Ahnung, womit sie Auschwitz verbinden können. Das ist das erste Beispiel, mit dem wir konfrontiert sind, das heißt, Sie müssen auch verstehen, dass auf der anderen Seite des Lagers, wir kommen langsam auch in Erklärungsnot, weil es solche Beispiele gibt. Also wir müssen uns auch damit auseinandersetzen, es ist ein Unfall oder aus Versehen hat man daran nicht gedacht, man wusste darüber nicht und so weiter und so fort. Nein, also da muss man sich auch einfach jetzt hinstellen und sagen, ja, das passiert immer wieder, aber wir können das nicht erklären. Aber da würde ich ganz gerne vielleicht das Thema auch hier zur Debatte stellen. Ja, und vielleicht der letzte Punkt, den ich in diesem Zusammenhang ansprechen würde, Polen ist im Moment dabei, unterschiedliche Reformen jetzt durchzusetzen. Eine Reform müssen wir vielleicht in diesem Zusammenhang auch erwähnen, nämlich die Schulreform. Das heißt, ab dieses Schuljahr gibt es eine polnische neue Schule und das ist auch verbunden mit der Abschaffung der bisherigen Schulbücher und Einführung der neuen Schulbücher. Also wir müssen abwarten, immer noch, was kommt, also welche Inhalte jetzt kommen und wie wir uns da positionieren. Eine gute Sache vielleicht gibt es doch in dieser ganz negativen vielleicht Darstellung, dass das deutsch-polnische Schulbuch, von dem Sie sicherlich gehört haben, weiter an diesem Schulbuch weitergearbeitet wird. Das heißt, ist das Projekt nicht gecancelt worden. Der zweite Band ist gerade in diesen Tagen erschienen. Sicherlich haben Sie alle davon gehört. Und wir müssen einfach sehen, inwieweit dieses Projekt, ein Flaggschiff-Projekt der deutsch-polnischen Beziehungen, noch vor Jahren, in den Schulen implementiert wird. Und das ist auch ein anderes Beispiel dafür, wie gerade ich habe mich auf deutsch-polnische Beziehungen konzentriert, wie wir unterschiedlich dieselben Dinge vielleicht wahrnehmen, vielleicht keinen großen Wert legen. Ich habe nicht ungefähr auch dieses deutsch-polnische Schulbuch genannt, weil von diesem Projekt praktisch bis auf die Autoren wissen nicht viele. So, danke. Vielen Dank. Ich glaube auch, dass sehr viele Entwicklungen im Zuge dieser Einführungen klar geworden ist und es ist auch deutlich klar geworden, dass die aktuelle Geschichtspolitik und die aktuelle Situation sozusagen nicht aus dem heiteren Himmel gefallen ist, sondern es gab schon vorher Ereignisse, die uns vielleicht oder die unsere Aufmerksamkeit vielleicht hätten wecken müssen. Es ist auch so, dass die vorherige Regierung, also die Regierung der Bürger Plattform, Plattform Obevatelska, hat natürlich wie jede Regierung Geschichtspolitik betrieben, man initiierte Museen, darunter das Museum des Zweiten Weltkrieges, man führte neue Feiertage ein, darunter den Feiertag der verstoßenen oder verfämten Soldaten, denn das muss man vielleicht ergänzen, dieser Feiertag wurde noch zu Zeiten der vorherigen Regierung eingeführt, natürlich reagierte auch die Bürgerplattform Regierung auf antipolnische Stereotype und Bezeichnungen wie polnische Konzentrationslager, also es ist gewissermaßen vieles, von dem Sie jetzt sprechen, ist nicht neu, aber trotzdem sind wir hier und trotzdem sprechen wir jetzt über die neuen Entwicklungen und da würde ich vielleicht Herrn Machcevic fragen, worin unterscheidet sich diese Politik vor und nach 2015, also vor den Wahlen, die zunächst die Präsidentschaftswahlen und dann die Parlamentswahlen im selben Jahr die Peace gewonnen hat und danach Sie haben auch reichlich persönliche Erfahrungen mit der Zusammenarbeit mit beiden Regierungen beziehungsweise mit der zweiten haben Sie nicht wirklich kooperieren können. Nun, ich würde sagen, dass der Unterschied ist, dass die vorherige Regierung zunächst einmal sich nicht so sehr viele Gedanken über die Geschichte gemacht hat wie die heutige Regierung. Also das war für Historiker und für die Museen natürlich viel besser. Und der größte Unterschied ist vielleicht auch, dass die vorherige Regierung den Bürgern, den Historikern keine bestimmte Sicht der Geschichte auferlegen wollten. Also wie das häufig mit liberalen Regierungen, liberalen Parteien passiert, gab es hier eine gewisse Entfernung oder Distanz zur historischen Debatte, zu historischen Kontroversen, zu Identitätsfragen. Und das Hauptziel von Donald Tusk war es, Polen zu modernisieren. Er wollte so weit wie möglich es vermeiden, in jegliche ideologische Kontroverse involviert zu werden. Vielleicht war das nicht so effizient, keine so wirksame Strategie, weil das den Weg freigemacht hat, für eine komplett andere Politik, die wir jetzt sehen. Aber wenn ich das jetzt zusammenfassen möchte, ist der grundlegende Unterschied, dass der Pluralismus unter der vorherigen Regierung und eigentlich auch allen anderen vorherigen Regierungen nach 1989 offensichtlich war. Also es gab einen Pluralismus und einige Menschen oder einige Ideen wurden vielleicht stärker von der Regierung unterstützt als andere Ideen oder andere Personen oder Institutionen, aber grundsätzlich gab es keinen ernsthaften Versuch, Menschen, die anders denken, irgendwie auszuschließen oder zu marginalisieren. Auch unter der ersten dieser Regierung im Jahre 2005 bis 2007 war es so, dass es nicht so weit ging wie heute, wie wir das heute sehen. also jetzt sehen wir etwas komplett Neues in Polen und das weist Ähnlichkeiten zur Zeit vor 1989 auf. Es ist der Versuch hier bestimmte Werte durchzusetzen mit der gesamten Macht des Staatsapparates und der Staatspropaganda und aus der Öffentlichkeit, aus dem öffentlichen Raum Menschen und Institutionen zu eliminieren, die anders denken. Diesen Punkt möchte ich gerne aufgreifen, denn diese Vergleiche Politik nach 2015 und vor 1989 sind ziemlich populär, auch auf der publizistischen Ebene und da stellt sich doch die Frage, inwiefern so ein Vergleich heute legitim ist oder inwiefern er historisch ein bisschen zweifelhaft ist. Vielleicht kann Florian Peters ein bisschen mehr dazu sagen. ob die Vergleiche der Peace mit der Volksrepublik Polen angesichts des Zentralismus, der Steuerung der Geschichte, der Manipulationen der Geschichte, der Geschichtspropaganda. Es wird auch oft gesagt, Jarosław Kaczynski spreche dieselbe Sprache wie Władysław Gomukka in den 60er Jahren. Was ist dran? Also da ist natürlich schon ein Stück weit was dran. Ich würde allerdings nicht zu weit gehen mit solchen Analogien, weil man doch sehr schnell das Problem damit etwas arg dämonisiert oder eben auch in solche gefährlichen in so eine Vergleichs- oder Rankingsituation. Wer war jetzt der Schlimmere? Das, glaube ich, ist nicht so zielführend. Ich meine, man muss schon sehen, dass es natürlich bestimmte Punkte gibt, die die Peace inhaltlich mit der Geschichtspolitik der kommunistischen staatssozialistischen Regierungen verbindet, vor allem eben seit ihrer doch sehr stark nationalen Wende oder nationalistischen Ausrichtung. Martin Saremba hat das ja sehr ausführlich gezeigt für Polen, spätestens in den 60er Jahren, nicht nur eben mit dem Namen Gomuka verbunden, sondern natürlich auch dann noch extremer mit dem Namen Mocza. Und diese Geschichtspolitik ist natürlich eine, die sich sehr stark auch während der Volksrepublik schon auf ein anti-elitäres Ressentiment eigentlich gestützt hat. Und genau das ist das, was Peace jetzt auch wieder sehr erfolgreicher macht. Die Popularität der verfemten Soldaten beruht ja nicht zu geringem Teil auch darauf, dass sie eben nicht wie der polnische Untergrundstaat sozusagen eins von brillanten Offizieren und brillanten Angehörigen der Warschau Intelligenzia angeführtes Unternehmen mit besten Kontakten zur Londoner Exilregierung und so weiter war, sondern das ist sozusagen eine Bewegung von unten. In der Provinz war häufig eben auch sehr stark sozusagen aus aus bäuerlichen Kontexten, die man sozusagen diesem polnischen Untergrundstaat auch entgegenstellen kann als ein authentischeres, als eine authentische Widerstandsbewegung. Und genau das ist das, was natürlich die Kommunisten auch gemacht haben bis 1989, dass sie eben diesen polnischen Untergrundstaat, dass sie die Amia Krajowa eben als ein solches elitäres Phänomen abgekanzelt haben, dass sie das sozusagen geschichtspolitisch negiert haben und eben stattdessen dann nicht aber die nationalen Streitkräfte NSZ an deren Stelle sozusagen gesetzt haben, sondern ihre eigenen kommunistischen Partisanen, also die Amia Ludovar. Also insofern, es gibt da schon strukturell eine ganze Menge von Übereinstimmungen, ich würde aber nicht allzu weit gehen, sozusagen diese Übereinstimmung in den Mittelpunkt zu stellen, denn die, wie soll ich sagen, die polnischen Kommunisten waren doch in vieler Hinsicht sehr viel pragmatischer, als es heute mir bei Recht und Gerechtigkeit zuweilen der Fall zu sein scheint. Also sie waren ja sehr elastisch, auch ihre Ideologie anzupassen, bestimmten sozusagen populistischen Erwartungen und ich habe eher fast das Gefühl, dass Jaroslav Kaczynski und seine Partei sehr viel stärker, als es damals die Kommunisten getan haben, daran gelegen ist, gesellschaftliche Spaltungen eigentlich erst selbst zu produzieren, anstatt sie sozusagen, wie das natürlich aus der Logik eines autoritären Regimes auch sinnvoll ist, sie sozusagen in den Griff zu kriegen und sozusagen letztlich integrativ zu wirken. Also wie gesagt, ich bitte das jetzt nicht falsch zu verstehen, also nach dem Motto, Peace ist also noch viel schlimmer sozusagen, als die Kommunisten es waren. Es geht mir nur darum zu zeigen, dass die Mechanismen dieser Geschichtspolitik natürlich andere waren und andere sein mussten in der damaligen Situation und das Entscheidende scheint mir schon zu sein, dass Peace sich zu Recht natürlich auf einen relevanten Teil der damaligen demokratischen Oppositionsbewegung auch berufen kann. Also Antoni Mathiarewitt, der außer Jaroslav Kaczynski sicherlich bedeutendste Politiker dieses Lagers, ist ja ohne Zweifel eine führende Figur, auch der heutige Verteidigungsminister. ist ja ohne Zweifel eine der führenden Figuren der demokratischen Oppositionsbewegung gewesen, einer der Mitgründer des Arbeiterverteidigungskomitees 1976 und diese Auseinandersetzung, die wir damals im Prinzip innerhalb der demokratischen Oppositionsbewegung auch schon hatten, die dann in den 90er Jahren eskaliert sind, das scheint mir eigentlich die eigentliche Quelle auch dieser heutigen Konflikte zu sein und das hat viel mit dem zu tun, was sie sozusagen als auseinandersetzt zwischen kritischem Patriotismus, Jan Josef Litzki ist ja tatsächlich eben auch einer der Protagonisten dieser Zeit und eben so einem affirmativen nationalen Festungsdenken bezeichnet haben. Einen gemeinsamen Punkt zwischen der damaligen, also sagen wir die 60er und der heutigen Geschichtspolitik gibt es aber gewiss und das sind antideutsche Narrative. Ich wette, dass wenn über die heutige Veranstaltung in den regierungstreuen Medien in Polen berichtet wird, dann wird das als antipolnische Propaganda für deutsches Geld dargestellt. Aber auf diesen jetzt, ich möchte diesen Vergleich zwischen der Volksrepublik Polen und der heutigen Zeit verlassen, aber diesen deutsch-polnischen, diese deutsch-polnische Ebene dennoch behalten. Deutschland wird sehr oft in der einerseits als wichtiger Wirtschaftspartner gesehen, aber andererseits gerade in der Geschichtspolitik als Feind Nummer eins dargestellt und in diesem Zusammenhang sind auch die jüngsten Reparationsforderungen glaube ich zu sehen. Könnten Sie vielleicht, weil dieses Thema ist noch nicht hier erläutert worden und ich glaube, das ist eines der aktuellsten Thema der heutigen Geschichtspolitik und hat es tatsächlich mit Geschichtspolitik zu tun oder mit anderen Politik-Ebenen? Ja, bevor ich auf Ihre Frage zurückkomme, vielleicht möchte ich doch seinen Gedanken jetzt vorschieben. Wir haben mit einer starken Partei zu tun. Stellen Sie sich jetzt vor, diese Partei gewinnt die Wahlen und im Programm steht fest, dass sie sich jetzt der Geschichte verschreibt, dass sie einfach ganz stark die polnische Geschichte im Vordergrund stellen will. Ist das legitim oder nicht legitim? Diese Partei hat gewonnen. Sie hat viele Stimmen bekommen, sie ist im Parlament und regiert. Worüber reden wir eigentlich? Ich verstehe einfach jetzt die Debatte nicht. Die machen nur das, die setzen nur das um, was sie versprochen haben. Und das machen sie konsequent. das große Problem ist, dass wir ganz schwache Oppositionen haben. Einfach zu sagen, also Leute, so geht das nicht. Da sind uns zum Beispiel, um jetzt auf die deutsch-polnischen Beziehungen zurückzukommen, die deutsch-polnischen Beziehungen zu wichtig und der Dialog mit Deutschland zu kostbar, aber dafür braucht man wirklich eine starke Opposition. Sie haben gerade Stichwort Reparation, mein lieber Gott, also darüber reden wir auch. Das Thema ist längst gegessen. Wir müssen auch unterscheiden zwischen Reparation und Entschädigungen und so weiter und so fort. Das wird in Polen jetzt in einen Sack geworfen und gemischt und nach außen wird immer wieder gesagt, Deutschland hat nichts gezahlt. Eine Meinungsfrage von wenigen Wochen war mit einer Frage verbunden. Ich würde sogar diese gerne Frage auch an Sie stellen. Unter Umständen, also stellen Sie sich jetzt vor, Sie sind ein polnisches Publikum und ich stelle diese Frage. So, jetzt Deutschland muss zahlen jetzt Entschädigungen. Sind Sie damit einverstanden? Danke, danke. So können Sie sich jetzt vorstellen, wenn Sie so die Frage gestellt haben und so wurde diese Frage und ich anders gestellt, dann hat der Großteil der Polen geantwortet, ja, selbstverständlich. Wir haben nur gelitten, 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 Deutschland hat nichts gezahlt. Als Wissenschaftler aber wissen wir, dass Deutschland doch gezahlt hat, zwar mit großen Schwierigkeiten, Problemen und so weit und so fort, trotzdem hat Deutschland gezahlt und auch viel Geld. Aber darüber redet man nicht. Das heißt, Sie sehen schon hier, dass man auch bestimmte Informationen vermittelt, bestimmte nicht. Vielleicht manchmal auch Themen anspricht, die ganz gut bei der Bevölkerung ankommen. Wenn Sie nur an die Zwangsarbeiter denken und an diese Zwangsarbeiter Problematik, dann sind viele Polen nach wie vor von diesem Thema sehr betroffen worden. Und das heißt, man kann das ganz gut ausspielen und das spielt heute die Regierungspartei ganz gut aus. Denn im Sommer, alle waren im Urlaub, gibt es eine Parteisitzung, wo der Präsident der Partei sagt, ja, die Deutschen haben nichts gezahlt. Okay, wenn es eine starke Opposition wäre, würde man sagen, ja, wir machen dazu eine Stellungnahme. also Moment mal, das stimmt nicht, also Deutschen haben so und so viel gezahlt. Die Arbeiten liegen vor, also das ist noch eine Frage an die Historiker und meine Kollegen, Kolleginnen, wo sind wir eigentlich? Das heißt, diese Arbeiten sind da. Man braucht sie jetzt nicht einfach neu zu erstellen und so weiter und so fort, sie sind schon gedruckt worden. Aber kein Politiker kommt auf die Idee, der Oppositionspartei, auf diese Arbeiten zurückzugreifen. Die haben keine Ahnung, dass es solche auch Arbeiten gibt. So, und was macht jetzt dieser Präses? Also, der wirft einfach in die Luft. Die Regierung hat das am Anfang nicht begriffen, dass es jetzt zur Aufgabe gemacht wird. Dann greift diese Aufgabe ein Abgeordneter, der, wie sich dann herausstellte, wieder in die Partei angetreten ist und er muss sozusagen jetzt zeigen, dass er auch besser machen kann als die anderen, als die Regierung, als der Außenminister und so weiter und so fort. Und was macht er? Er beauftragt eine Abteilung, die Wissenschaftsabteilung des polnischen Parlaments, mit der Erstellung eine Expertise. Ganz normal. Sie machen genauso. Also das heißt, wenn die Abgeordneten Probleme haben, es ist auch klar, man weiß nicht alles, man gibt das im Auftrag und erledigt. So hat auch diese Abgeordnete gemacht. Also das ist alles mehr oder weniger legitim gemacht worden. Was macht aber die Opposition? Stand einfach jetzt, nachdem jetzt letztendlich auch diese Expertise veröffentlicht worden ist, statt jetzt sie zu kritisieren, statt mehrere Pressekonferenzen einzuberufen, Fachleute jetzt einzuladen und so weiter und so fort, schweigt. Das heißt, man hat so den Eindruck, zumindest als Normalbürger, das heißt, man erwartet jetzt von den Politikern, dass sie vielleicht etwas mehr wissen als ich, naja, vielleicht gibt es dann doch was dran. Vielleicht in dieser Expertise hat der Autor recht, dass die Deutschen wieder zahlen müssen. Ist das nicht schön? Ich habe gestern eine Veranstaltung gehabt, ich habe auch die Studierenden gefragt. Also Leute, stellt ihr euch vor, es regnet, es ist kalt, habt ihr nicht Lust, jetzt, sagen wir mal so, jetzt anderswo jetzt zu sein, zum Beispiel in den wärmeren Ländern und so weiter und so fort. Die Politiker haben uns versprochen, 100.000 Slote bekommt jeder von uns, weil die Deutschen sechs Billionen Slote bezahlen müssen an Reparationen. Sie müssen jetzt die Gesichter meiner Studierenden sehen, die waren begeistert auf einmal. Strahlende Gesichter brauchen wir nicht mehr zu studieren. So arbeitet man heute. Entschuldigung, ich versuche das ein bisschen plakativer zu machen, aber um zu zeigen, dass wir uns vor einem ganz großen Dilemma jetzt befinden, nämlich auf der einen Seite haben wir eine ganz starke Partei, die ganz konkrete Vorstellungen hat, die auch polarisiert die Gesellschaft, die emotionalisiert, die selbstverständlich solche antideutschen Karten benutzt, weil es ihnen passt. Aber wie eine Partei ist das doch selbstverständlich. Aber wo ist die Opposition im Parlament, die das kontern sollte, die das irgendwie, wo ist die Zivilgesellschaft, die das auch irgendwie kontern sollte, weil zum Beispiel jetzt in Bezug auf die deutsch-polnischen Beziehungen uns seit mehreren Jahren also gute Beziehungen verbinden und dass wir Partner in Europa sind und, und, und. Ja, also die Zivilgesellschaft, glaube ich, kann man schon hier und da verteidigen. Also ich habe in den letzten zwei Jahren, ich habe nie in meinem ganzen Leben so viele Menschen auf den Straßen gesehen wie in den letzten zwei Jahren und ich muss zugeben, ich war zum ersten Mal in meinem Leben 2015 protestieren. Also die Zivilgesellschaft, die bewegt sich auch. Also vielleicht sind die Kräfte ein bisschen ungleichmäßig auch verteilt, aber ist es auch nicht so, dass wir aneinander vorbeireden und in solchen Meinungsblasen sitzen, auch auf solchen Veranstaltungen, also wir teilen hier mehr oder weniger alle dieselbe Meinung. Also mehr oder weniger sitzen wir im selben Boot, würde ich sagen. Ja, es gibt vielleicht da und hier und da kleine Meinungsunterschiede, aber mehr oder weniger sitzen wir im selben Boot und auf der, auf der, auf derselben Seite und da stellt sich auch die Frage zum einen, ob ein Dialog überhaupt heute noch möglich ist. Also Herr Professor Machcevic kommuniziert mit dem Kulturminister über offene, mit, ja, über offene Briefe, die in Zeitungen gedruckt werden und zweitens, welche Rolle spielen die Medien in diesem Prozess? Vielleicht können Sie uns auch ein bisschen den Kommunikationsprozess erläutern. Im Grunde fragen Sie hier zwei. Stellen Sie zwei Fragen. Erstens, ist das überhaupt möglich? Und zweitens, wie stellt sich das mit der Kommunikation dar? Ich glaube, von einem Dialog können wir hier wirklich nicht sprechen. Unser Museum ist attackiert worden von den Medien, von der Regierung seit der Eröffnung unmittelbar. Es wurde immer wieder dargestellt als eine Bedrohung der polnischen Identität und wir hatten eigentlich gar keine Chance, hier wirklich den Inhalt unseres Museums zu vermitteln. Diejenigen, die das Museum geschaffen hatten, wurden einfach beiseite gewischt. Die Sprache wurde immer aggressiver. Es gab Interviews, in denen gesagt wurde, dieses Museum ignoriere die polnische Geschichte ist. Es sei im Grunde die Manifestation der europäischen Geschichte in Polen. Es sei nur ein Etikettenschwindel, im Grunde das Ganze. Das wird nicht ewig andauern, denke ich. Ich glaube, dass Polen eine Phase durchmacht, die geprägt ist von der Ablehnung des Dialogs mit der EU, mit Deutschland. Es ist nicht ganz Polen, was sich hier dem Dialog verweigert. Ein Teil Polens. Es ist vielleicht auch eine Reaktion auf diese kritische Geschichte, die Christoph Ruszniewicz nannte. Ich war beteiligt an dieser Diskussion. Ich weiß, wie emotional sie war. Ich weiß, wie stark sie die polnische Gesellschaft erschüttert hat. Es wurde ja auch diskutiert über die Vertreibung der Deutschen aus Polen nach dem Krieg. Und in der öffentlichen Meinung in Polen war man sehr besorgt, dass das Leiden der Deutschen zu stark in den Vordergrund geraten könnte und die Deutschen sich dann ganz stark als Opfer sehen würden, als Opfer der Polen. Und damit würde eine falsche Darstellung, eine falsche historische Darstellung erfolgen. Es würde dann auf einmal praktisch umgekehrt sein. Es wären dann die Deutschen, die vertrieben werden von den Polen. Nicht länger die Polen oder die Juden, die von den Deutschen vertrieben werden. Die Diskussionen begannen eigentlich bereits 2004, auch ungefähr zur Zeit, als das Museum des jüdischen Widerstands in Warschau diskutiert wurde. Ich glaube, was wir heute sehen, ist eine Art Backlash. Und natürlich gibt es in der polnischen Bevölkerung zum Teil durchaus gerechtfertigt eine Angst vor einer Ausnutzung oder Ausbeutung der Geschichte durch die Regierung oder andere Interessierte. Und ich glaube, wir müssen das in einem längeren Kontext sehen. Denn ich glaube, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Polen sich in den letzten Jahren sehr, sehr schnell modernisiert hat. Die Modernisierung ist aber, wie wir wissen, kein eindimensionaler Prozess. Es ist ein Prozess mit Aufs und Abs. Und es gibt eben diese Rückschläge immer und immer wieder. Und aktuell erleben wir gerade einen solchen. Wir sollten versuchen, also zu verstehen, wie sich die Lage konkret darstellt, auch in Deutschland. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass zwischen 30 und 40 Prozent der Wähler und Wählerinnen im Land die Regierung, die aktuelle Regierung unterstützen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass es eine andere Hälfte in Polen gibt, die andere Hälfte der Bürger und Bürgerinnen. Das sollte man nicht vergessen. Bitte vergessen Sie das nicht. Ich möchte aber trotzdem noch auf die Medien zurück. Florian, du beobachtest auch die polnischen Medien aus der, sagen wir mal, deutschen Entfernung, vielleicht mit ein bisschen weniger Emotionalität als wir. Wie siehst du das? Welche Rolle spielen hier die Medien und wie entwickelt sich die polnische Medienlandschaft vielleicht auch ein bisschen im Vergleich zur deutschen Medienlandschaft, damit man das auch erklären kann? Ich wollte tatsächlich zu dem Punkt noch was ergänzen, weil ich glaube, dass diese beiden Hälften der polnischen Gesellschaft, von denen Sie gesprochen haben, Herr Markzewicz, also die, die ja sozusagen für eine liberalen, selbstkritischen Aufarbeitung der Vergangenheit aufgeschlossen ist, die für diese Europäisierung auch steht und sozusagen auch darin Vorteile für Polen sieht. Und die anderen, die sich sozusagen dadurch verängstigt fühlen, die sich dadurch in die Ecke gedrängt fühlen, dass die vielleicht immer weniger miteinander kommunizieren. Das scheint mir eigentlich das Problem zu sein. Das scheint mir schon auf der Ebene auch der Medien sichtbar zu sein, wo sie ja ein ganzes Netzwerk inzwischen haben von eigenständigen Zeitungen, Zeitschriften. Also man kann es ja nicht mehr zählen, sozusagen wie viel auch Geschichtsbeilagen dann sozusagen Uwa Jamje Historia, Vichechi Historia und so weiter und so fort, also immer dann entstanden sind in den letzten Jahren, diese gesamten, also fast jede dieser Zeitungen hat ja inzwischen ein eigenes Geschichtsmagazin. Gazette Verborcher hat auch alle Historia und so weiter. Und wir haben also ein ganzes Feld eigentlich von verschiedenen, sehr stark politisch polarisierten, würde ich sagen, und das macht es aus, sehr polarisierten Meinungscommunities und Subcommunities, wo ich mich frage, wo eigentlich dieser Dialog zwischen diesen beiden Hälften der Gesellschaft eigentlich noch stattfinden soll. Da scheint mir in Polen ein Spezifikum zu sein, aber es ist besonders ausgeprägt zu sein, aber kein polnisches Spezifikum zu sein, denn über ähnliche Dinge reden wir ja auch in Bezug auf andere Länder, reden wir auch in Bezug auf Deutschland, über die Probleme, die sozusagen mit der Nutzung von sozialen Medien anhergehen und diesen Filterblasen, diesen sich selbst verstärkenden Übereinstimmungen, die man eigentlich, die die Menschen erleben, wenn sie also nur noch über Facebook ihre vorsortierten Scharkzeilen immer nach ihren Interessen im Prinzip lesen und damit ihre Welt sozusagen nach dem konstruieren, wie sie sich ihre Welt eigentlich wünschen. Das scheint mir in Polen in den letzten zehn Jahren eine sehr ausgeprägte Tendenz gewesen zu sein, die ja auch ganz bewusst sozusagen, da würde ich Ihnen auch zustimmen, auch als Backlash sozusagen auf so einen sehr rapiden Modernisierungsprozess, auch gerade auf geschichtspolitischer Ebene entstanden ist, wo es sozusagen von Seiten der politischen Rechten auch medial und auf der intellektuellen Ebene eigentlich eine eigenständige, ich sage mal, eine eigenständige Parallelgesellschaft sich entwickelt hat, die mich fragen lässt und die mich schon zweifeln lässt, wie diese beiden Hälften der Gesellschaft wieder in einen Dialog eigentlich zueinander treten können. Professor Machcevic wollte noch kurz was ergänzen. Ja, ganz kurz. Ein, zwei Kommentare. Sie sagen ganz richtig, dass die Marginalisierung bestimmter Gruppen in diesem Prozess der Modernisierung und der Europäisierung zugenommen hat. Aber welche Gruppe hat denn eigentlich am meisten profitiert von der polnischen Teilnahme an der EU? Die polnischen Bauern. Und wenn Sie mal auf dem Lande waren vor 20 Jahren in Polen und jetzt da wieder hinfahren ins gleiche Dorf, dann sehen Sie fundamentale Veränderungen. Die polnischen Bauern haben sehr, sehr viel europäisches Geld bekommen und das haben Sie genutzt, um Ihre Höfe zu modernisieren. Und die Gruppe, die so stark profitiert von Europa, mehr als jede andere Gruppe, ist jetzt aber auch die Gruppe, die die Regierungspartei stützt und ungefähr die Hälfte der Wähler und Wählerinnen auf dem Lande unterstützt, die Regierungspartei. Das heißt, hier haben wir eine Diskrepanz zwischen Identitäten und Werten auf der einen Seite und ökonomischen Errungenschaften und Interessen. Das Publikum übergeben. Deswegen würde ich Sie bitten, kurz zusammenzufassen, allerdings in einem europäischen Kontext. Dafür möchte ich gerne noch mal ganz kurz das Buch oder ein Essay von Maria Janjon, einer polnischen Literaturwissenschaftlerin aus dem Jahr 2000, ist das Buch, erwähnen, Nach Europa mit unserem Toten. Dabei meinte sie, dass eine kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit eine Grundvoraussetzung für die europäische Gemeinschaft sei, sozusagen eine Art Lackmustest für eine Europatauglichkeit eines Landes. Und ist es jetzt nicht so, dass die Zuwendung zu einem nationalistischen, konservativ-patriotischen Diskurs und das konsequente Vergeweigern eines kritischen Umgangs zur Geschichte nicht Zeichen dafür sind, dass wir langsam Europa die kalte Schulter zeigen? Vielleicht ganz kurze Zusammenfassungen, eine Minute und dann übergeben wir das Wort an das Publikum. Zwei Sätze. Deutsche Sätze können auch lang sein, wir wissen das. Okay. Ein polnischer Dramatiker, Swawomir Mrożek, er lebt nicht mehr, hat noch zur Zeit des Kommunismus kurze Geschichte Polens geschrieben. Die trifft trotz aller Jahre immer noch zu. Auf ihre Frage jetzt zur Antwort, nämlich im Jahre 966, das ist in einem Satz, wurde Polen getauft im Jahre 1792, für einen Zeithistoriker, das ist schwierig, an diese Daten zu erinnern, 1795 wurden wir geteilt, aber der richtige Zirkus ging erst nach 45 los, also hier müsste man wahrscheinlich ein bisschen paraphrasierend sagen, nach 89 los. Nein, was ich damit sagen will, es ist nicht selbstverständlich. Also ich glaube, das ist alles im Floß und sehr oft haben wir Mitreaktionen auf die Situation, die auch in Europa zu finden ist. Sie erwähnen Maria Janion, ja, in der Tat, sie hat das gefordert, aber sie ist davon ausgegangen, dass Europa von heute auch an die Erfahrung Ostmitteleuropas denkt und daran erinnert. Ein Beispiel, die deutschen Schulbücher, Geschichtsschulbücher. Ich habe am Anfang gesagt, Hitler-Stalin-Pakt wird erwähnt, der 23. August, auch der geheime Protokoll. Aber in keinem Schulbuch finden sie Informationen, was danach folgte. Das heißt, was mit dem Angriff der Roten Armee nach Polen, was in Polen passierte. und die Zeit zwischen 39 und 41 ist in den deutschen Geschichtsschulbüchern völlig ausgeklammert. Das heißt, diese ganze Erfahrung, die dieser Teil Ostmitteleuropas jetzt gemacht hat mit beiden Diktaturen, mir geht es nicht um Vergleiche jetzt und so weiter, sondern geht es mir um Tatsachen, wird in dem Geschichtsunterricht ausgeklammert. Das geht so weit, wenn Sie an Ihre Atlanten denken, Cornelsen, Klett und alle mögliche. Sie finden die Karten immer in diesen Atlanten Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und mit ganz konkreten Farben versehen. Braun für Deutschland und Rot für Russland oder Sowjetunen, wie Sie wollen. Dagegen aber, es gibt einen polnischen Atlanten, der wirklich das alles auf den Kopf gestellt hat und diese Zeit zwischen 39 und 41 in einer Farbe dargestellt hat. Das waren Verbündete. Ob Sie das wollen oder nicht, die beiden Länder haben kollaboriert. Und so wird das jetzt gesehen und so können Sie verstehen, dass Sie, gerade wenn es falsche Signale aus dem Westen kommen, nach Osten, sofort solche Abwehrmechanismen gestartet werden. Und als Reaktion wird das das oder jenes gesagt. Ob wir das gutheißen oder nicht, das stelle ich dahin. Sondern das ist sozusagen ein Nährboden für solche populistischen Parolen, weil man ganz schön nachweisen kann, guck mal, also wie im Westen eigentlich unsere Geschichte dargestellt wird. Wenn wir unsere Geschichte nicht vereinfachen, wenn wir unsere Geschichte nicht auf den Punkt bringen, selbstverständlich, alle Länder wollen nur ihre Glanzseiten zeigen, dann sollten wir auch so ähnlich machen. Auch ähnlich wie in Deutschland das getan wird. Auf jeden Fall müssen wir auf diese Weise auch handeln. Und so erkläre ich manchmal bestimmte Entscheidungen, die gerade jetzt in den letzten Jahren getroffen worden sind. Der Film, der immer wieder jetzt von den Opponenten und damit schließe ich, genannt wird, unsere Mütter, unsere Väter, wird nicht jetzt zufällig genannt. Es gibt diese unsägliche Szene über Polen und so weiter und so fort. Aber das ist für mich irrelevant. Das Interessante ist einfach zu hören, wir brauchen einen guten Spielfilm, am besten in den Vereinigten Staaten jetzt gemacht, damit wir Europa, der Welt zeigen, die Geschichte Polens und wie es mit uns in der Geschichte war. Also dieser Wunsch, etwas Besseres zu sein, anders darzustellen und vielleicht konkurrent zu sein mit den anderen, gibt es heute weit und laut in Polen. und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Florian, zwei Sätze, Fazit bitte. Ja, ich versuche es kurz zu machen. Ich glaube, auf der faktischen Ebene lässt sich die Frage tatsächlich auch sehr schnell beantworten, die du gestellt hast. Die Polen wenden sich nicht von Europa ab. Ich glaube, Polen ist immer noch das Land mit höchsten Zustimmungsraten zur Europäischen Union, also 80 Prozent, ja zur Europäischen Union, europaweit. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass der polnische Bauer, von dem Sie gesprochen haben, Herr Machzawitt, natürlich sehr gut unterscheiden kann zwischen dem Geld, was er kriegt aus Europa, was ihm sehr viel wert ist und sehr wichtig ist und den politischen Kliwitzes, die ihm sonst sozusagen für seine Wahl und Entscheidung noch wichtig sein mögen, zumal ja PiS auch immer sehr vorsichtig ist, wenn es dann wirklich konkret darum geht, sich von Europa zu distanzieren. Das bleibt ja sehr stark auf einer symbolischen Ebene, sodass man da, glaube ich, nicht so viel zu befürchten hat. Ich glaube aber generell schon, dass wir uns ein bisschen davon verabschieden müssen und das ist auch ein bisschen ein Problem, schon der Fragestellung und auch, ich will der Maria Janjorn hier jetzt überhaupt nicht zu nahe treten, aber auch dieser Vorstellung, der Rückkehr nach Europa ist oder überhaupt dieses Europäisierungsparadigma. Wir werden uns, glaube ich, daran gewöhnen müssen, ob wir das wollen oder nicht, dass diese Entwicklungen keine Einbahnstraßen sind. Europäisierung ist keine Einbahnstraße, genauso wie wir uns eigentlich doch auch von der Modernisierungstheorie schon etwas länger verabschiedet haben. Also diese teleologischen Konzepte zu glauben, wir modernisieren, wir europäisieren und dann wird das alles irgendwie so sein, wie in einem bestimmten Zustand, den wir anderswo vorher mal gehabt haben. Das ist ein bisschen, es war, glaube ich, immer schon eindimensional, aber es wird immer deutlicher in dieser multipolaren Welt, dass das eine Denkweise ist, die die Phänomene vor Ort nicht wirklich fassen kann. Und das kann man bedauern, aber ich glaube, das muss man zumindest, wenn man das analysiert, auch wissenschaftlich analysiert, zur Kenntnis nehmen. Professor Dr. Machcevic, the last sentence is yours. Ich stimme Florian Peters zu. Natürlich müssen wir differenzieren. Und diese Aussage ist banal und wahr. Ich komme nochmal zurück auf die Anfänge des Museums 2007. Da habe ich damals einen Artikel publiziert in den polnischen Zeitungen, um zu erklären, warum wir ein solches Museum in Polen brauchen. Und einer der wichtigsten Gründe, die ich nannte, war, wir müssen unsere Geschichte verständlich machen. Die Deutschen müssen sie verstehen, die Europäer müssen sie verstehen, die Menschen außerhalb von Polen müssen sie verstehen. Die Schaffung dieses Museums war ein Versuch, diese spezifischen Charakteristika der polnischen Geschichte verständlich zu machen, rüberzubringen, den Menschen zu vermitteln. Es gab die liberalen Eliten, denen man ja vorgeworfen hatte, sie gäben die polnische Geschichte auf oder kümmerten sich nicht mehr um sie. Das ist aber nicht so leicht. Wir sind ja nicht ausschließlich gefangen zwischen diesen liberalen Eliten, wie man sie nennt, die nach Brüssel blicken und den traditionellen, konservativen, katholischen Polen. Das ist nicht das ganze Bild. Sondern wir haben es hier mit einer breiten Zone zu tun. Und wir haben natürlich auch die Darstellung des polnischen Märtyrertums und des polnischen Märtyrers, der immer wieder auf eine spezifische Art und Weise dargestellt wird. Die Zeit ist nun gekommen, dass wir Sie ins Gespräch mit einbeziehen möchten. Zwei praktische Hinweise. Zum einen benutzen Sie bitte das Mikro. Zum anderen, wir sammeln die Fragen und werden sie dann nochmal in einer Antwortenrunde kommentieren und beantworten. Das war hier die erste Wortmeldung. Vielleicht ist es nur eine Verständigungsfrage an Herrn Rosnewitsch. In Ihrem Statement am Anfang, als Sie diesen Film vorstellten, da sprachen Sie zweimal vom sowjetischen Überfall auf Polen. Wenn wir in Deutschland über den Beginn des Zweiten Weltkrieges sprechen, dann heißt der erste Satz immer der deutsche Überfall auf Polen. und das kam bei Ihnen nun gar nicht vor. Sie denken natürlich an den Hitler-Stalin-Pakt und an den Einmarsch der Sowjetarmee, aber es wirkt befremdlich für mich und vielleicht auch auf andere deutsche Ohren, wenn nur von dem sowjetischen Überfall auf Polen gesprochen wird und nicht von dem deutschen. Ist das auch ein bisschen Ihre eigene Geschichtspolitik oder verkenne ich Sie da? Die zweite Wortmeldung war gleich daneben. Was mich interessiert, ebenso die Frage an Sie. Was habe ich bisher wahrscheinlich verpasst? Was ist das Problem in der Opposition? Sind es die politischen Köpfe, die in der Lage sind, sich zu artikulieren, lautstark, oppositionell? Oder fehlt es in einem internen, also oppositionell internen, differenzierten Diskurs, um da zu einer lautstarken politischen Haltung zu kommen, die es ermöglicht, überhaupt in Opposition treten zu können? Das habe ich nicht verstanden. Und dann gab es hinten noch eine Wortmeldung. Ich würde vorschlagen, wir stellen noch zwei Fragen, damit es dann doch nicht zu viele wird. Dann lassen wir kurz antworten zu und machen dann eine weitere Runde. Ja, Frau Osaius-Wolzka, vielen Dank. Ich glaube, wir sind vielleicht im selben Boot, aber wir sind doch deswegen nicht einer Meinung. Und das ist doch wunderbar so. Und das hat ja Herr Ruchnewitz sehr schön vorgeführt. Hier gibt es wirklich sensible und wichtige Differenzen in der Einschätzung. Und da würde ich Ihnen ganz herzlich dafür danken, dass Sie das auch so vorgeführt haben. Es gibt einen Punkt, wo ich Ihnen sehr vehement widersprechen würde. Und das ist die Tatsache, dass der Wahlsieger tun kann, was er will. Auch geschichtspolitisch. Das ist nämlich genau die Logik vieler dieser Parteien, die sagen, wir haben vielleicht sogar nur ein relatives mehr, aber wir haben das Parlament unter absoluter Kontrolle. Und damit liegt uns allen alles zu Füßen. Die Rechtsprechung, die Verfassung und die Geschichtspolitik. Ich glaube, in modernen, liberalen, pluralistischen Demokratien gibt es keinen Konsens über das nationale Geschichtsbild. Und damit müssen diese nationalen, liberalen Demokratien, das müssen die aushalten, damit müssen die auskommen. Das gehört zum Unverhandelbaren und die Schuld, wenn das nicht, wenn das verhandelbar wird, liegt nicht allein bei der Opposition. Ich bin völlig bei Ihnen, dass die auch mehr tun könnte, aber die Schuld dafür liegt bei denen, die denken, sie können nun tatsächlich auch das Geschichtsbild eben nicht pluralistisch, und das hat uns ja Herr Magdiewicz sehr deutlich vorgeführt, dass es eben pluralistische Geschichtsbilder gibt und dass die ausgestellt wurden in Polen, sondern einheitlich, national, sodass es keine Diskussion mehr braucht, vorgeführt werden. Ja, und ich habe hier noch eine Wortmeldung gesehen, vorne, und dann übergeben wir das Wort an die Referenten. Ja, vielen Dank für diese interessante Information. Lassen Sie mich ein bisschen das Bild in Europa vergrößern. Ich habe jetzt mitverstanden, dass Polen dabei ist, eine Identität zu festigen, weil sie eine Randgruppe ist, wie Griechenland, sage ich mal, wo sie versucht, in diesem Wirbel eine europäische Idee mit ihren Raum zu finden, wo sie aber natürlich aufgrund ihrer Geschichte Panik bekommt, und ob sie nicht gefressen wird von den bösen Russen oder von den bösen Deutschen, so ganz banal ausgedrückt. Ich verstehe diese Ängste, weil Griechenland nicht anders dasteht als Polen mit einer anderen Geschichte, aber die schlimmer dran ist heute. Die Frage für mich stellt sich, ist vielleicht die Angst dieser Bevölkerung, dieser einfachen Leute, deswegen auch geschnürt, weil man ein Europa und eine deutsche Herrschaft dachte oder die Angst, dass eine deutsche Herrschaft Europa diktieren wird, was auch in Griechenland manchmal auch kursiert, oder ist das Europäische nicht so einfach zu gestalten, weil wir nicht Zeit genug hatten, uns selbst von der Vergangenheit zu befreien, weil anders als in Polen, und das fand ich sehr interessant, dass dort Reparationen gebildet wurden, ist zum Beispiel in Thessaloniki über 30.000 Juden, die vernichtet wurden, in Konzentrationen, nicht ein Penny geflossen, und das finde ich traurig. Darüber hört man nicht in Deutschland. Man hat nur Angst, dass die Griechen die deutsche Gelder kassieren wollen, dabei kassieren sie die Flughäfen. Meine Frage ist, ist vielleicht die Angst, die in Europa kursiert, das ist nicht ein polnisches Phänomen, oder ein griechisches Phänomen, dass ein zu starkes Deutschland die europäische Identität prägen möchte, und nicht eine europäische Identität mit unseren Freunden Deutschen zu gestalten. Vielen Dank. Um noch auf Ihren Kommentar kurz zurückzukommen, ich saß vor drei Jahren noch in einer ziemlich vergleichbaren Veranstaltung mit Herrn Piotr Semka. Piotr Semka ist einer der rechtskonservativsten Publizisten in der polnischen Presselandschaft, und ich kann mir heute eine solche Veranstaltung kaum mehr vorstellen. Also was ich damit sagen wollte, ist, dass sich diese zwei Gruppen, nennen wir es, voneinander doch rasant entfernen. Natürlich gibt es in diesen zwei Gruppen oder politischen Gruppierungen, wie man das nennen will, interne Unterschiede. Aber dass sich die polnische Gesellschaft übrigens wie viele andere europäische Gesellschaften spaltet, das ist, glaube ich, mittlerweile außer Frage. Aber ich würde Herrn Rufniewicz vielleicht jetzt die Möglichkeit geben, die Fragen und Kommentare zu beantworten. Ja, vielen Dank für die guten Fragen. Ich antworte sofort auf Sie, aber es gibt eine kleine Kontroverse unter uns, mit der Moderatorin. Also ich kann mir ein solches Gespräch auch nicht vorstellen, dass ich zusammen mit den konservativen Journalisten sitze. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich mit meinen Fachkollegen, die dieses konservative Spektrum abdecken, an einem Tisch sitze und mit ihnen diskutiere. Das kann ich mir schon vorstellen, weil wir, sagen wir so, dieselben Erfahrungen gemacht haben, wahrscheinlich dieselben Quellen kennen, andere Sichtweisen haben, auf die Interpretationen und so weiter und so fort. Also insofern ist das für mich schwierig. Deswegen möchte ich vielleicht eine Sache noch auch sagen, denn in Bezug jetzt auf den Streit um jetzt, das hat Kollege Machcevic nicht gesagt, aber jetzt auf der Welle dieses Streits jetzt über das Museum des Zweiten Weltkrieges, haben wir doch ein Treffen für die Historiker organisiert in Warschau, wo sich die Historiker unterschiedliches Spektrum, sagen wir mal so, zu dem Thema geäußert haben. Also es war schon eine sehr kritische Debatte, aber eine sehr wichtige Debatte. Leider wurde sie nicht wiederholt, aber vielleicht doch eines Tages. Jetzt komme ich sofort jetzt auf Ihre Fragen. Danke jetzt für Ihre Meldung. Deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, dass der Film nicht am 23. August zum ersten Mal im Fernsehen vorgestellt worden ist, sondern am 15. September. Und aus diesem Grund habe ich nicht den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges genannt und den Überfall auf Polen, Deutschland, sondern habe besonders jetzt das zweite Datum oder an das zweite Datum erinnern, nämlich an den 17. September, der nicht immer geläufig ist. Insofern haben Sie recht. Ich habe auch kleine Geschichtspolitik betrieben. Aber das war jetzt nicht vorausgesetzt, dass Sie das auch wissen, also worüber ich rede. Es gibt kein Dissens unter uns, also um das jetzt auf den Punkt zu bringen. Ich denke ähnlich wie Sie. Ich wollte nur zeigen jetzt die Gedankengänge der Regierungspartei. Wie das dann auch nach außen, auch in den Medien, vermittelt wird und so weiter und so fort. Und deswegen greife ich auch gerne auch diese Fragen mit der Opposition auf. Es ist bezeichnend, und das hat Kollege Machcevic auch ganz deutlich gesagt, dass ausgerechnet die Bürgerplattform, die doch sehr viele Verdienste hat, was die Modernisierung Polens anbetrifft, und so weiter und so fort, doch eine Sache vielleicht doch unterschätzt hat, nämlich wie wichtig auch die Geschichtspolitik ist. Das heißt, sie hat anders die Geschichtspolitik gemacht. So ist es auch zu erklären, dass es zur Schaffung dieser Idee des Museums des Zweiten Weltkrieges gekommen ist. Aber gleichzeitig müssen wir auch sehen, dass sehr viel vernachlässigt worden ist. Zum Beispiel die Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind, zum Beispiel mit rechtsradikalen Organisationen, die es noch vor dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat, die heute offiziell jetzt in der polnischen Öffentlichkeit auftreten dürfen und so weiter und so fort. Die sollten eigentlich längst verboten sein. Die sorgen für die Schlagzeilen, auch im Westen, weil das ein Kuriosum ist, um das jetzt auf den Punkt zu bringen. So ist es auch zu erklären, dass die Opposition heute ganz schwach ist. Statt das, also auch jetzt Parlament zu nutzen, um an solchen Debatten, historischen Debatten aktiv teilzunehmen, wahrscheinlich, weil das historisch begründet ist, scheuen sie sich. Also einfach haben keine Vertreter, die das auch machen können. Müsste man auch mal sehen, also wie viele Historiker, ausgebildete Historiker unter den jetzt polnischen Abgeordneten der Bürgerplattform sind, das heißt, die eine Ahnung haben, worüber jetzt die PiS-Partei redet, um das jetzt auf den Punkt zu bringen. Auf der anderen Seite sehe ich auch einen Mangel, dass es dann vielleicht bisher doch nicht so gelungen ist, so eine, das sprichst aus meiner Praxis, gelungen ist, so eine Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Wissenschaftlern Wissenschaftlern zu entwickeln, auch auf der Seite der Bürgerplattform. Das heißt, dass man sich zunächst berät, um später, sagen wir mal so, bestimmte Aktivitäten zu entwickeln und so weiter und so fort. Oder, zum Beispiel, wenn man jetzt eine, sagen wir mal so, jetzt Unterstützung braucht, dass man das einfach nutzt. Und das ist bis jetzt nicht Erfolg. Das heißt, zunächst ist unsere Opposition mit ganz anderen Fragen, ganz grundsätzlichen Fragen konfrontiert, jetzt über die politische Rechtsstaatlichkeit, jetzt über die Zukunft der Medien und so weiter und so fort. Aus der Sicht der Oppositionspartei spielte und spielt wahrscheinlich nach wie vor Geschichte eine untergeordnete Rolle. Und das ist das, was Kollege Peters auch kurz angesprochen hat. Es wurden inzwischen zwei unterschiedliche Welten geschaffen und diese Welten jetzt können getrennt einfach leben und sie bedienen für eine bestimmte Gruppe von Menschen. Ich kenne keine Arbeit, keine kritische Analyse, zum Beispiel, die im Auftrag der Bürgerplattform gemacht worden wäre. Welche Themen, zum Beispiel diese Zeitschriften, die dem rechten Spektrum zuordnen sind, welche Themen Sie ansprechen, was für Sie wichtig ist, wie wollen Sie jetzt, sagen wir mal so, jetzt die Wählerschaft jetzt werben oder dafür werben und so weiter und so fort. Also da sehe ich schon wirklich diese Probleme, aber ich würde das historisch ein bisschen begründen, in der Geschichte der Partei, dass sie der Meinung war, die Aufgabe des Staates ist es nicht, jetzt einen direkten Einfluss auf die Geschichte zu machen, beziehungsweise der Staat ist nicht dafür da, um in alle Bereiche, die mit Historie zu tun haben, einzugreifen. Das überlässt man, sagen wir mal so, jetzt anderen Akteuren, sicher der Staat spielt hier schon eine Rolle, aber es gibt noch andere Akteure, die heute zum Beispiel keine Rolle mehr spielen, gesellschaftliche Akteure, auch die katholische Kirche zum Beispiel. Sie betreibt auch eigene Geschichtspolitik und das müsste man auch eigentlich immer wieder zur Sprache bringen oder zum Beispiel, dass die Kommunen selbst, ich würde in Erinnerung rufen und damit schließe ich auch, einer der bekanntesten oder den modernsten auch Museen, das völlig unbekannt ist, Sie wissen wahrscheinlich nicht, wo das ist, aber es ist nicht ein Problem, nämlich, es handelt sich um die sogenannte oberschlesische Tragödie. Es geht um die Deportation der Oberschlesier in die Sowjetunion und nach dem Zweiten Weltkrieg. Und bei Katowice wurde einer der modernsten Museen Polens gegründet, das nur diesem Thema gewidmet worden ist, was für die Oberschlesier heute von großer Bedeutung ist. Dieses Museum konnte nur aufgrund des Interesses der Bevölkerung vor Ort entstehen. Da gab es keine Eingriffe des polnischen Staates oder der polnische Staat hat sich überhaupt nicht eingemischt in die Debatte, die in Oberschlesien immer jetzt im Januar des jeweiligen Jahres in Erinnerung an dieser Tragödie geführt wird. Also ich will damit sagen, dass die Regierungspartei ganz anders die Politik betreibt, nämlich sie versucht, direkt in alle Bereiche Einfluss zu nehmen und zu steuern. Und das ist der große Unterschied und das hat bisher die Oppositionspartei, also ich spreche jetzt von der größten Oppositionspartei, als Bürgerplattform nicht so richtig begriffen, dass das auch als Instrument zum Kampf auch benutzt werden kann, ähnlich wie andere Instrumente, die diese Partei auch benutzt. Jetzt zu Ihrer Frage, ja, in der Tat, es ist auch so, dass aufgrund der Erfahrung der PiS-Partei, ich spreche jetzt von den jetzt Politikern, aber auch was ich höre oder lese auch oder auch jetzt in Gesprächen jetzt mit den Mitgliedern der Partei oder Anhängern, dass sie versuchen, eine Erzählung nach außen jetzt zu transportieren. Und für sie sind das nur positive Seiten der polnischen Geschichte. Ob das jetzt ein Versuch damit gemacht wird, sagen wir mal, die anderen Erzählungen, die es in Europa gibt, zu konterkarieren, das ist eine andere Frage. Allerdings diese Gefahr oder beziehungsweise diese Ängste, die Sie kurz erwähnt haben, ob es ein deutsches Europa oder ein europäisches Deutschland geben soll und so weiter und so fort, das sind auch Themen, die die konservative Partei bei uns beschäftigt und wahrscheinlich als Antwort darauf, wenn eben diese alte vielleicht Stereotype beziehungsweise Verurteile aktiviert, weil man weiß, wie anfällig nach wie vor die Polen sind und ja, und sie versuchen einfach damit jetzt die Wählerschaft bei sich zu halten, aber dann auch gleichzeitig sie dann zu gewinnen. Ich würde jetzt auch gerne den beiden anderen Referenten die Möglichkeit geben, sich zu den Fragen zu äußern. Herr Mach-Zewicz. Ja, ich würde gerne eine Frage beantworten, die in Bezug auf die Frage gestellt wurde, ob die Polen sich in ihrer nationalen Identität gefährdet fühlen durch Europa, durch Deutschland. Das ist sehr schwierig, diese Frage zu beantworten. Wir versuchen, die soziologischen Daten zu analysieren, aber die sind widersprüchlich. Es wurde angesprochen, dass Polen vielleicht das euro-enthusiastischste Land ist. 80 Prozent der Polen sind sehr froh, dass sie das Polen Teil der Europäischen Union ist. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass 70 Prozent der Polen dagegen sind, irgendeine Zahl von Flüchtlingen aufzunehmen. Sie betrachten Flüchtlinge als Bedrohung. Aber interessanterweise ist es so, dass vor zwei Jahren, als diese Regierung gewählt wurde, waren die Daten komplett anders. 50 Prozent der Polen waren damals dafür, Flüchtlinge aufzunehmen. Die katholische Kirche in Polen ist einer der Akteure, der antieuropäische Gefähle fördert und Europa als einen Faktor darstellt, der die Ansichten, den Lebensstil in Polen gefährden könnte. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass die gleiche katholische Kirche darauf pocht, dass die Regierung, dass die Polen Flüchtlinge aufnehmen. Also viele Soziologen und Politikwissenschaftler haben wirklich große Schwierigkeiten, dies zu erklären und diese politischen Mechanismen zu erklären. Also ich denke, dass diese nationalistischen Trends oberflächlicher sind und nicht so tief gehen, als wir das heute sagen würden. Aber ich denke, es braucht einfach noch etwas Zeit und wir sollten die Entwicklungen beobachten und wir sollten nicht zu schnell sein mit der Formulierung umfassender Antworten über die polnische Seele oder das, was in Polen vor sich geht. Ich glaube, wir haben noch Zeit für zwei kurze Fragen und zwei Antworten. Herr Puttkammer. Ja, vielen Dank. Ich höre von polnischer Seite immer wieder, dass die polnische nationale Erfahrung nicht genügend verstanden werde. Das richtet sich nicht immer auf den Zweiten Weltkrieg, aber häufig auch doch, verständlicherweise. Ich finde es ganz bemerkenswert, weil Nationalisten halten ja normalerweise ihre eigene nationale Erfahrung für unzugänglich für Außenstehende. Die wollen nicht verstanden werden. Und das ist im polnischen Fall möglicherweise anders. Aber ich bin nicht so sicher, ob das wirklich so anders ist. Denn die Triebkraft ist ja genau die, dass man sozusagen in Konflikten denkt. Jochen Böhler hat letzte Woche in der FAZ einen großen Beitrag gemacht, dringend notwendig aus meiner Sicht, die versucht hat kondensiert darzustellen, was ist die polnische Erfahrung des Zweiten Weltkriegs. Das wird für die Reparationsdebatte glaube ich überhaupt gar keinen in Polen großen Eindruck machen. Das heißt also auch in Polen meine ich eigentlich, dass man eigentlich davon lebt, klagen zu können, man würde nicht verstanden, egal wie viel solcher Beiträge erscheinen. Und die große Leistung des Museums in Danzig, so wie Pawej Machcevic und seine Mitarbeiter das gemacht haben, besteht meines Erachtens darin, dass sie die Geschichte des Zweiten Weltkrieges so erzählen, dass wir sie als gemeinsame Erfahrung, als europäische Erfahrung begreifen können, ohne dass nationale Differenzen, unterschiedliche nationale Perspektiven oder gar Verantwortlichkeiten in irgendeiner Weise verwischt werden und es trotzdem sozusagen zusammengeführt zu einer gemeinsamen Erfahrung. Und das ist natürlich für solche Vorstellungen dafür, dass nationale Befindlichkeiten eigentlich unverständlich sein, dass man unverstanden sein muss, um den Konflikt aufrechterhalten zu können, ist das Gift. Und so erkläre ich mir auch die harschen Reaktionen der Regierung, das lange Angehen gegen das Museum in Danzig. Dankeschön. Hier noch die letzte Wortmeldung, bitte. Es gefällt mir sehr, dass ich jetzt zum Schluss dran komme, weil ich nämlich das Stichwort aufgreife. Ich bin im August nach Danzig gefahren, um ihr Museum anzuschauen und bin zwei Tage lang also acht Stunden dort gewesen und ich möchte jetzt diese Gelegenheit auch ergreifen, Ihnen zu sagen, wie großartig ich diese Leistung finde und wie dankbar ich Ihnen bin, dass Sie das gemacht haben. Ich war wirklich sehr beeindruckt, also das muss ich im Einzelnen ja nicht sagen. Wie geht es mit dem Museum weiter? Es hieß, es wird zusammengelegt mit dem Westerplatte Museum und so weiter. Wie geht es weiter? Das interessiert mich. Vielen Dank und bitte um knappe Antworten. Ja, das Westerplatten Museum wurde von der Regierung geschaffen, um das bestehende Museum des Zweiten Weltkriegs zu liquidieren, aber es war der Regierung nicht möglich, meinen Vertrag zu kündigen. Das heißt, eine formelle Auflösung des Museums ging zunächst nicht. Das Ganze vollzog sich dann im April. Also im April wurde das Museum des Zweiten Weltkriegs geschlossen und direkt am nächsten Tag neu eröffnet mit einem neuen Direktor. Das heißt, es gibt den Zusammenschluss Erklärung ebenfalls im April bereits dazu veröffentlicht und es gibt jetzt Auseinandersetzungen zum Thema Urheberrecht mit Blick auf den neuen Direktor. Ich glaube, die Regierung wird sich darum nicht allzu sehr scheren, aber seit einigen Monaten versuchen sie natürlich massive Attacken zu fahren gegen das Museum in jüngerer Zeit wird noch einmal gesagt, dass die Ausstellung Schritt für Schritt geändert werden wird. Bitte ganz knapp. Ich würde ganz kurz auf den Einwurf von Herrn von Putkammer eingehen. Das scheint mir nämlich tatsächlich ein sehr zentraler Punkt zu sein. Also tatsächlich ist dieses Museum tatsächlich ja so gelungen in der Kombination von polnischen dezidierten nationalen Standpunkt. Das haben Sie ja auch eben noch mal sehr deutlich gemacht, dass dieses Museum natürlich den polnischen Heroismus des Martyrium sehr gelungen zeigt, das aber eben kontextualisiert europäisch. Und nun ist es sozusagen in dem Moment, wo man diese Geschichte europaweit erfolgreich zeigen kann, ist man raus aus dieser Schmoll-Ecke, in der man sich ja in Polen sehr gerne befindet. Nicht alle Polen das ganz gewiss nicht, aber eben große Teile doch der Gesellschaft, die eben sehr stark davon leben, auch immer irgendwie zu kurz gekommen zu sein. Also das fängt natürlich an in der polnischen Romantik mit den Opfermythen und so weiter. Und wir haben ja ähnliche Phänomene auch in Ostdeutschland sozusagen. Diese Mentalität des sich zu kurz gekommen führends scheint mir ein ganz zentraler Bestandteil dieses Rückzugs Indes Nationale zu sein und vor dem Hintergrund wäre so ein erfolgreiches Museum, was tatsächlich diese nationale Geschichte auch vermittelt nach Europa wäre eine ganz extreme Bedrohung für dieses Milieu des sich zu kurz gekommen führends und das ist ganz sicher einer der zentralen Punkte, der diese Eingriffe begründet hat aus meiner Sicht. Der allerletzte Satz, aber bitte allerletzte Satz von Herrn Professor Ruchnewitsch. Das, was Kollege von Huttkammer gesagt hat und vielleicht, deswegen habe ich jetzt nach dem Wort gegriffen, weil dieses Problem vielleicht in dieser Deutlichkeit nicht ausgesprochen worden ist. Wir haben im Falle der Regierungspartei mit einer populistischen Partei zu tun und sie fragt nach dem Nutzen von dem, was sie macht und vor wenigen Monaten war das das Problem der verfemmten Soldaten, heute sind das die Reparationen und so weiter und so fort. Selbstverständlich sind wir nach wie vor eine demokratische Gesellschaft und auch zu den verfemmten Soldaten gab es genug Arbeiten und sie sind auch in der Öffentlichkeit noch einmal angesprochen worden und dann musste man auch auf der Seite der Regierungspartei auch zugeben, dass nicht alle diese Soldaten jetzt kristallglas klar waren und so weit und so fort. Genauso ist es mit dem Thema Reparationen wahrscheinlich wird das Thema auch nach wenigen Wochen auch wieder vergessen, weil man dann auf einmal feststellen muss, zum Beispiel in der Expertise wird auf eine wichtige Frage nicht geantwortet und das haben wir sofort aufgegriffen. Welche Instrumente kann Polen nutzen, um Deutschland zur Kasse zu bitten und das war sozusagen entscheidend und diese Expertise hat auf diese Frage nicht geantwortet. Insofern ist diese Expertise aus unserer Perspektive obsolet geworden, aber bis das jetzt in die Öffentlichkeit durchdringt, bis man erwägt, was der Vor- und Nachteil ist, von solchen Auftritten, dann wird das etwas dauern und deswegen sage ich, wir sollten jetzt nicht wie die Historiker oder die Wissenschaftler erwägen, alle Schattierungen und darüber schreiben und so weiter und so fort und immer wieder versuchen, das zu versachlichen. Hier haben wir mit einer populistischen Partei zu tun, die wirklich diese Rolle einfach gut nutzt und die macht das wirklich mit unterschiedlichen Instrumenten und Mitteln und das ist sozusagen der Schluss aus meiner Perspektive, den ich auch vermitteln wollte. Vielen Dank. Ich bedanke ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Geduld, bei den Referenten, für Ihre Beiträge und selbstverständlich auch bei den Übersetzerinnen und ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Abend. Vielen Dank.